Guten Morgen, guten Abend, guten Tag oder auch guten Appetit, wann und wo auch immer ihr uns hört. Herzlich Willkommen zum Goddard Podcast, heute mit Akt 210 und holy shit, wir haben schon wieder 10 Folgen geschafft. Ja, es fühlt sich irgendwie erst, keine Ahnung, seit ein, zwei Wochen an, dass wir die Folge 200 gehabt haben, aber nur. Ja, und wir sind ein Podcast, der wöchentlich über Sonic the Hedgehog und seine nervigen kleinen Freunde redet. Und wir präsentieren euch entsprechend News und immer mal wieder auch eine Spiele-Diskussion, Schrägstrich-Analyse, Schrägstrich-Review, was auch heute wieder der Fall ist mit einem der etwas kontroverseren Ausflüge des Blauen Igels. Könnte man behaupten, ja. Aber vorher, falls ihr uns noch gar nicht kennt, wir, das sind einmal die liebe David, aka Dev. Hallöchen. Und ich bin Steven, beziehungsweise Rookie, und wir sind beide seit vielen, 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 vielen Jahren Redakteure und dann auch irgendwann Projektleiter von spinnash.de, einer deutschen Sonic the Hedgehog News-Seite. Und wir haben irgendwann diesen Podcast angefangen, weil... Gründe. Die Gründe, wir hatten einfach Bock. Sorry, das war ja. Aber es geht jetzt halt immerhin auch schon seit über vier Jahren. Ja, also irgendwas scheint mir richtig zu machen, alles in allem. Naja, wir setzen uns einfach jeden Sonntag hier hin und uns interessieren nicht, wie viele Leute zuhören. Ich meine, ein bisschen interessiert es uns schon. Wir interessieren uns dafür, dass Leute zuhören und dass Leute auch das cool finden und interagieren, aber wie viele das sind, ist eigentlich unerheblich. Wir sind trotz allem eine sehr starke Nische hier in der deutschen Spiel-Spiel-Szene. Also teilen könnt ihr uns trotzdem, zwinker, zwinker. Aber ja, wir haben uns heute hier wieder zusammengefunden, um zu reden. Und wir müssen reden. Wir müssen wirklich ganz, ganz, ganz dringend reden. Ja, es führt kein Weg darum vorbei. Deswegen, lass uns doch direkt mal mit dem Stream-Recap anfangen. Oh boy, das Beste zum Anfang, ja. Ja, für alle die, die uns noch nicht kennen. So, wir streamen auch jeden Donnerstag auf Twitch. Twitch.tv ist der Schroki185 und haben da Sonic-Spiele. Und das letzte Sonic-Spiel, was wir gespielt haben, war Sonic Boom Lyrics Aufstieg, worüber wir heute auch reden werden. Aha. Und ihr werdet es irgendwie am Namen der Folge wahrscheinlich schon erkennen. Wir haben sehr viele Vorschläge, die wir nehmen könnten. Ein paar Vorschläge, die wir so gesammelt haben. Sonic Boom, Röstung von Rookies Wii U. Rookestas Röstung. Oder wir rösten Sonic Boom fürs Rösten. Oder Sonic Boom Lyrics Absturz. Oder die boomige Röstung. Oder Röstung mit Knall. Oh boy, ja. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Oder aber wir nehmen was Simples, so wie ich es gerade noch im Dokument geschrieben habe. Mal gucken, ob es der vielleicht wird. Sonic Boom Lyrics Röstung. Wow. Auf jeden Fall viele, viele, viele Anspielungen auf etwas, was natürlich im Stream passiert ist. Wir waren, ich glaube, fast drei Stunden live. Und mit Sonic Boom haben wir uns zwei Stunden, 15 Minuten aufgehalten. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Wir waren 14 Minuten drin und ich habe das Spiel erstmal gesoftlockt. in dem ich in der komischen Dornwelt, ich weiß nicht, wie das heißt, bin ich kurz vorm Boss runtergefallen an einer Stelle, wo man nicht runterfallen dürfte. Und es gibt ja diese Speedstrecken, wo man halt eine Weile lang mit ein bisschen höherem Speed und limitierter Bewegungsfreiheit dann wie in den Sonic 06 Max Speed Sektionen etwa nach vorne rennt. Und respawned sind wir genau am Anfang dieser Strecke. Ja, an sich wäre das ja kein Problem, außer ein bisschen Backtracking, das wir machen müssen. So, ja, jetzt ist es aber so, dass wenn man zu dicht an der Boss Area ist, ich habe das nämlich nochmal nachgeguckt, ich kann das eins zu eins nachvollziehen, was da wie passiert ist mittlerweile. Uh. Wenn man zu dicht an der Boss Area ist, wird ein, ja, wird der Teil des Levels vor dieser Speed Sektion, wird quasi aus dem Cache rausgeladen von der Konsole. Einfach, wahrscheinlich damit es flüssiger läuft, nicht so viel im Hintergrund geladen ist, whatever. Ja, das mit flüssiger Laufen habe ich übrigens nicht hingekriegt. Ja, aber das sehen wir mal. Ja. Ähm, und dadurch, dass dann die Boss Area schon geladen hatte, sind wir, also wir sind genau dann gestorben, als sie schon geladen hatte und wurden dann zurückgesetzt auf vor diese Speed Sektion. Was aber passiert ist, das Zeug da war nicht mehr geladen. Ja. Und das lädt nicht neu, wenn man stirbt. Und das heißt, uns fehlte buchstäblich der Boden unter den Füßen. Ja. Weswegen wir einfach endlos gefallen sind und mit jedem Tod sind wir einfach wieder da gespawnt, wieder gefallen, neu gespawnt, wieder gefallen, neu gespawnt, wieder gefallen. Es gab, also wäre ich auf Tails gewesen, hätten wir es vielleicht hinbekommen, irgendwie zu dieser Speed Sektion zu schweben, fliegen, whatever. Mhm. Aber wir hatten leider Knuckles. Ja. Und Knuckles ohne den Infinite Jump Glitch. Ja, ich wollte gerade sagen, er hat eine Möglichkeit zu fliegen gehabt, aber jetzt haben sie leider rausgepatcht. Was so viel heißt wie, wir haben uns einfach in einen Softlock gefangen und konnten nicht weiterspielen. Ich musste tatsächlich das Spiel neu starten oder beziehungsweise den Speicherstand neu laden. Zum Glück haben wir da noch nicht so viel Progress verloren. Ja, noch nicht. Das war doch die kleinere Sache. So, dann haben wir uns weiter durch dieses Spiel gekämpft und es sind noch ein paar Bugs passiert, über die wir jetzt nicht detaillierter sprechen möchten. Mhm. Bis zu, ich nenne es gerne Sky Sanctuary, weil es halt sehr, doch, eine sehr starke Anlehnung an Sky Sanctuary ist. Mhm. Ähm, was wir dann, also dieses Level ist furchtbar langweilig, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Schöne Laser Puzzles, wer liebt sowas nicht in einem Sonic Spiel? Ja, wow. Und ja, gespielt, 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 so circa eine halbe Stunde waren wir in diesem Level. Und dann kamen wir an einen Punkt, so, das war, like, eine Minute vor Level, äh, vor Ende des Levels. Das ist das Schlimme daran. Ja. Wir waren wirklich direkt davor, dieses Level abzuschließen. Ja. Und da kommt nochmal eine Sektion, wo man auf Sonic wechseln muss. Und ich war so, ha, 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 nee, ich spiel jetzt einfach mit Knuckles, weil, keine Ahnung, ich will grad nicht mit Sonic spielen. Und dann hab ich so überlegt, Moment, Sonic hat auch in diesem Spiel doch gar keine wirklichen Attribute und hab das gesagt. Mhm. Dass das nicht korrekt ist, wie uns direkt danach aufgefallen ist, das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber ich spreche diese Worte aus und David wollte das auch nochmal bekräftigen, so, also, so wie es klang in dem Stream zumindest, wolltest du das bekräftigen, so, ja, nee, eigentlich ist da irgendwie nichts, weil wir es beide vergessen hatten, dass der Homing Attack und sowas kam. Genau, ja, die Homing Attack, die jetzt, aber sonst eigentlich. Und kann, kann rollen. Ja. Und David fängt an zu reden und in diesem Moment hören wir einen lauten, sehr, sehr furchtbaren Sound, der uns an die Sonic Anniversary Party erinnert hat, wo Sonic Mania und Sonic Forces enthüllt wurden. Genau. Und das Spiel war halt einfach so, nö, ich funktioniere jetzt nicht mehr. Aha. Ist einfach abgestimmt. Es ist einfach, na, es ist eingefroren. So, es lief ja in der Theorie noch, es ist halt einfach eingefroren. Ja. Und ich saß dann da relativ fassungslos, weil ich glaube nicht, dass mir das schon mal passiert ist. Aha, ich meine, Sonic Boom, Rise of Lyric ist zerbrochen, ziemlich verbrochen, von Anfang bis Ende. Aber ist es doch gar nicht der zerbrochene Krastall. Wow, yeah, der kommt erst dann auch, stimmt. Aber ja, Abstürze sind trotz allem, würde ich jetzt behaupten, relativ selten bei dem Spiel. Zumindest habe ich jetzt nicht gehört, dass das ein sehr großes Problem sein soll. Und es ist ja nicht mal so, dass es ein Absturz war. Das Spiel ist nicht abgestürzt. Aber per se. Also, es einfriert, ja. Sondern was das Problem war, wie wir im weiteren Verlauf dann festgestellt haben und der Chat, der hat es einfach mega abgefeiert, während ich saß so, oh nein, oh nein, oh nein, ich will nicht mehr. Ähm, ja, meine komplette Konsole wurde einfach geröstet und ist gebrickt. Ja. So, was das bedeutet ist, ich habe natürlich versucht, okay, ich will ins Home-Menü, um einfach das Spiel neu zu starten. Ging nicht. Geht nicht. Also, dieser Sound, der war übrigens nach ein paar Sekunden, war der einfach weg. Aber das ist aber okay. So, ich kam nicht ins Home-Menü. Dachte mir dann, okay, ja gut, dann muss ich jetzt wohl die Konsole neu starten. Drücke den Power-Button auf meinem Wii U Gamepad. Und was passiert? Ja, das Gamepad ist ausgegangen. Die Konsole war weiterhin an. Mhm. Und ich musste dann wirklich zu dieser Konsole hinrennen und sie komplett ausschalten über, naja, basically die Hardwareknöpfe an der Konsole direkt. Mhm. Und sie dann halt neu starten. Also meine Konsole, die war einfach komplett geröstet, wie man so schön sagen könnte. Und das ist mir noch in keinem Spiel passiert. Es kann sein, dass ich das bei Sonic Boom schon mal hatte und verdrängt habe, aber ich wüsste es jetzt wirklich nicht so direkt aus dem Kopf. Wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo sich Fans, so wie ich mich zurückerinnern kann, stark beschwert haben, dass eben einfach die ganze Konsole beim Spielen einfriert. Ja, aber das ist nun mal das, was passiert ist. Scheint trotzdem offenbar möglich zu sein, ja. Und dann, naja, es gibt ja überall in den Levels auch so Checkpoints, wo man sich jetzt, also ich hab zu David schon vorher gesagt, so David, du weißt, waren wir das letzte Mal. Mal gespeichert haben, oder? Ja. Und ich soll im Grundschluck. Das war eine ganze Weile her. Aber das Spiel hat ja Autosaves. Mhm. Das heißt, wir hätten davon ausgehen können, ja, das speichert automatisch, es gibt Checkpoints. Das Spiel speichert doch bestimmt an einem Checkpoint, oder? Nein. Das hat am Anfang des Levels gespeichert. Ganz am Anfang. Wir mussten das ganze Ding nochmal machen. Das ganze, verdammte, stinklangweilige Level, denn unter Aufführungszeichen nicht rätseln, was auch immer das war. Äh, ja, nee, das war nicht schön. Das war keine schöne Experience. Ab dem Zeitpunkt war mein Gehirn auch in etwa so geröstet wie meine Konsole. Aha. Weil, wie gesagt, das Gameplay ist schon wirklich extrem träge und langweilig. Und das jetzt einfach nochmal zu machen, was man eh schon die letzte halbe Stunde über gemacht hat, das ist einfach sehr zervörend. Das ist einfach übel. Ja, und du musstest nur zugucken. Du hast es nicht mal selbst gespielt. Aber sogar das Zuschauen ist schon anstrengend genug bei dem Spiel. Und, ja, wir haben einen Nutzer im Chat gehabt, den lieben T-Golf, der das halt richtig, richtig, richtig abgefeiert hat. Ja. Also, der hat sich sogar entschuldigt dafür, dass er das so lustig findet, aber der meinte halt einfach, der kann nicht aufhören zu lachen. Ja. Wir haben die Stelle, das sind etwa acht Minuten, bis ich mich so langsam wieder erholt hatte von diesem Schlag. Die haben wir auch als Highlight auf YouTube veröffentlicht. Schaut es euch gerne an auf dem Kanal. Das ist, ähm, das war wild. Das war ziemlich übel, ja. Und, ja, ansonsten, wie gesagt, es sind ein paar Glitches passiert. Wir haben Sonic Boom dann irgendwann durchgespielt. Wir haben es tatsächlich noch geschafft, ja. Die Befürchtung war so ein bisschen nah, dass es sich nicht mehr rechtzeitig ausgeht, aber es ist noch mehr als rechtzeitig ausgekommen. Ja, und dann haben wir uns gedacht, hey, hauen wir doch mal das Steam Deck an und gucken, was wir da so drauf haben. Und die Wahl fiel auf, ähm, wie, wie, wie umschreibe ich das jetzt? Und, äh, es ist ein Spiel, das hier in Deutschland nicht rauskam, sonst hätte ich das natürlich auf Original-Hardware gespielt. Aber dadurch, dass ich das halt nicht habe, weil es hier nicht rauskam, ging das nicht. Äh, deswegen musste ich auf eine nur so halblegale Version zurückgreifen. Aha. Äh, also, ich habe das emuliert. So, sagen wir es einfach so, wie es ist. Halblegal ist da auch nicht der richtige Begriff, glaube ich, aber lassen wir das. Ja. Äh, ich habe das emulieren müssen, weil, naja, geht halt nicht so vom Game of Advance. Und das Spiel kam hier eben nicht raus. Und Sonic the Hedgehog Genesis ist es geworden, was eine Sonic 1 Version für den Game of Advance ist, der, äh, die, keine Ahnung, in einem schwierigen Jahr für Sonic rauskam. Nämlich 2006. Oh. Hm. Äh, ein Schwer-Böses-Dent. Ja, man könnte fast meinen, das Jahr wäre ein bisschen verflucht gewesen für die Franchise. Zum 15. Jubiläum übrigens. Ähm. Ja. Und, ja, wir haben dieses Spiel dann gespielt. Und wer es nicht kennt, schaltet im nächsten Stream ein. Denn jemand hat, namentlich T-Golf, hat tatsächlich Geld dafür uns gegeben. Also er hat zwei Abos verschenkt und uns 500 Bits sketchiert dafür, dass wir das im nächsten Stream spielen. Ja, also durchspielen. Nicht nur die ersten zwei Zones, wie wir es gemacht haben. Wobei wir die zweite Zone gar nicht erst fertig gekriegt haben aus Gründen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob es möglich ist, das durchzuspielen. Ich hab's jetzt... Du gibst die jetzt schon auf? Nein, ähm, ich hab es privat jetzt ein bisschen, um mich vorzubereiten, hab ich's halt ein bisschen weitergespielt. Und die Labyrinth Zone, die ist halt absolut unspielbar. Uff, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Labyrinth Zone wird ein kompletter Traum. Also ich bin jetzt mittlerweile bis zum Boss gekommen. Äh, und habe jetzt entschlossen, dass ich auf Safe States zurückgreifen werde. Oh boy. Weil ich keine Ahnung hab, wie ich das anders schaffen soll. Es ist eine absolute Tortur, überhaupt durch Labyrinth Zone durchzukommen. Weil, weiß ich nicht, du siehst einfach nichts, weil die Kamera so rangesoomt ist. Und das macht die ganze Experience nicht wirklich toll. Dann ist die Framerate, wenn du im Wasser bist, die ist so bei zwei Frames pro Sekunde teilweise. Aha. Und dann kommt halt dieser Boss und der ist komplett unter Wasser. Und da sind auch noch die ganzen Stacheln, die aus der Wand kommen und sowas. Wo du teilweise einfach nicht vorbeispringen kannst, weil die Hitbox von Sonic einfach dreimal so groß ist wie er. Ja. Also ich muss versuchen, mich da irgendwie durch zu Damage boosten. Ich weiß noch nicht, wie ich das schaffen soll. Das müssen wir daraus finden, ja. Ich mache an dieser Stelle wirklich keinerlei Versprechung, dass wir das Donnerstag durchspielen können. Weil das ist eine harte Nummer. Ja. Und das nicht, weil es schwer ist, sondern weil es teilweise legit unspielbar ist. Mhm. Aber das wird eine Erfahrung für alle Zuschauenden im Chat sein. Ja. Deswegen kommt vorbei am Donnerstag um 20 Uhr twitch.tv slash rookie185. Wir spielen Sonic the Hedgehog Genesis. Ja. Weil wir halt irgendwas zur Überbrückung brauchten, denn der nächste Stream, den wir machen, ist am 5. Dezember. Denn kommende Woche müssen wir leider aussetzen, weil ich in Düsseldorf bin. Wo wir ja eigentlich vor ein paar Tagen gewesen wären zur Sonic-Symphonie. Aber das ist ja gestorben. Ja. Das ist jetzt Wasser gefällt. Ja, jetzt wahrscheinlich schon zu Hause, ja. Von der Vorstellung. Und wird wahrscheinlich jetzt im Podcast darüber berichten, wie verdammt cool das alles war. Nein, David. Wir wollten ja direkt nach dem Konzert gemeinsam mal in Persona eine Podcastaufnahme machen, falls du dich erinnerst. Genau. Und da war ja was. Das hätten wir doch gemacht. Vielleicht wird's nachgeholt. Hoffentlich. Mal schauen. Und ja, dann schauen wir mal, wie Sonic Genesis wird. Wie gesagt, nächste Woche dann kein Stream. Diese Woche Sonic The Hedgehog Genesis. Und danach Sonic Dream Team. Weil das kommt am 5. Dezember raus. Und wer weiß, vielleicht streamen wir an dem Dienstag schon. Also direkt am 5. Genau, ja. Direkt zum Lauf. David versucht alles Menschenmögliche, um sich diesen Abend mal freizunehmen. Und dann haben wir zwei Live-and-Learn-Streams in der Woche. Das finde ich auch mal cool. Ah, eben. Ich müsste dann tauschen. Also der Stream am Donnerstag wird wahrscheinlich... David. Sorry. David, du hast jetzt genug Vorlaufzeit. Es ist dieser eine Abend. Bitte gib mir das. Gib mir das. Gib mir das. Aber dann muss ich wahrscheinlich tauschen. Mal schauen. Ja, aber du scheinst zu vergessen, dass ich es privat nicht weiterspielen kann außerhalb des Streams. Ach, wir kriegen das schon nur in drei Stunden. Nein. Mal schauen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Also bitte, bitte, bitte versuche es einfach, dass wir in dieser einen Woche ausnahmsweise mal zwei Sonic-Streams hinbekommen. Das wäre sehr schön. Ich meine, ansonsten streame ich den Dienstag halt einfach alleine und dann verpasst du den Anfang. What? Nö. Das geht gar nicht. Also es wäre echt schön. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das wirklich dieses eine einzige Mal hinbekommen. Okay. Bitte. Ich gebe mir Mühe. Bitte. Bitte. Okay, okay. Das schaffen wir schon. Sonst fange ich an zu heulen. Nö, bitte nicht. Nee, aber Sonic Boom ist vorbei und heute werden wir auch über das Spiel diskutieren. Ja. Und für viele wird es wahrscheinlich überraschend sein, wie gut das Spiel am Ende wegkommen wird, glaube ich. Eindeutig, ja. Also, weil ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und sagen, was für ein absolutes Shitfest das ist und wie sehr ich es hasse. Allerdings, naja, ich greife jetzt nicht zu viel vor, aber dieses Spiel hat halt eigentlich bloß eine einzige riesengroße Schwäche und der Rest ist erträglich. Okay. Also, seid gespannt, was das sein wird. Also, es hat noch wesentlich mehr Schwächen, aber nur diese eine ist wirklich riesengroß und da stimmen David und ich, glaube ich, komplett überein. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Ich mag Erdbeereis. Aha. Aber ich habe irgendwie rauner Hals gerade. Lode. Aber ja, das zu unserem Stream-Recap und etwas anderes, was ich noch unbedingt berichten muss und das hier läuft jetzt unter absolut Hashtag Not Sponsored. Allerdings muss ich sagen, das ist Werbung weil Markennennung. Okay. Ich wollte das eigentlich nämlich am Donnerstag im Stream schon zeigen, aber ich habe es ja erzählt, ich habe mir bei Displayed, wie gesagt, wir werden hier nicht gesponsert oder sowas, das ist jetzt einfach nur, ich nenne die Marke, weil ich das sehr cool finde und damit wird es halt leider zu Werbung. Und David, ich mache jetzt auch mal meine Kamera kurz an, damit ich dir was zeigen kann. Okay, ja. Ich muss es erst mal holen. Da kann man nämlich Metallposter von Videospielen und allen möglichen anderen Sachen holen und da gibt es einen offiziellen Sonic Shop. Mhm, genau. Und die hatten einen Sale und dann habe ich da das Interesse mal drauf geguckt und mir zwei Stück bestellt, weil ich nicht widerstehen konnte. Nummer eins ist einmal ein Knuckles-Poster in diesem Shonen-Sonic-Whatever-Style. Mhm. Wo dann draufsteht No Time for Games und The Smashing Echidna und irgendwas auf Japanisch. Ja. Und das andere, da habe ich mich dann natürlich für Sonic auch entschieden. Das ist ein Go Faster, wo Sonic halt in Rennanimationen drauf ist, auch in diesem Japanese-Sonic-Style-Ding. Also die Sachen, die wir auch im Sega-Shop, wo wir schon häufiger darüber gesprochen haben, in dem Stil ist das. Genau, ja. Sehr cool. Und die finde ich schon mega nice. Es ist super teuer, das sage ich gleich. Ja. Da läuft jetzt gerade immer noch ein neuer Black Friday Sale, wo man, ich glaube, wenn man zwei kauft, ein bis zwei kauft, spart man 33 Prozent oder sowas. Aber damit ist man immer noch recht teuer. Ich glaube, ich müsste nachgucken, wie viel. Ich habe auf jeden Fall für die drei Stück und dann noch Ersatz-Magnetplättchen für die Wand habe ich mir noch drei Stück geholt, das hat dann 15 gekostet. Ich habe insgesamt 105 Euro bezahlt mit Versand und allem drum und dran. Das ist schon eine Menge. Bei dem einen habe ich aber auch noch einen Rahmen dazu geholt, der halt das nochmal deutlich teurer macht. Aber ja, das ist eine ganze Menge. Aber ich wollte einfach mal kurz darüber sprechen, weil ich finde die super, super cool. Also die sehen echt, echt toll aus. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wo ich sie wirklich so in Person gesehen habe, sehr cool. Und ja, vielleicht sieht man die dann irgendwann mal irgendwo im Stream-Hintergrund hängen. Mal gucken. Ich muss mir auch einen Platz suchen, wo ich es aufhänge, weil meine Wände sind... Also ich muss mir keinen Platz suchen. Ich habe zu viel Platz. Ich muss mich entscheiden, wo ich sie hinhänge. Okay. Das ist eher das Problem, glaube ich. Das ist tatsächlich eins der bessere Probleme, die man beim Merchandise haben kann. Und wie man die dann übrigens festmacht, ist einfach, man sucht sich eine Fläche, reibt die irgendwie mit so einem komischen Zeug ab, macht dann ein kleines Klebchen drauf, auf dieses Klebchen kommt ein Magnet geklebt, sodass man dann an der Stelle, wo dieser Magnet ist, das Poster einfach nur noch ranhält und dann hängt es. Ja. Und das kann man dann beliebig austauschen, weil es halt einfach ein Magnet ist. Der bleibt halt da hängen. Und wenn du dann der Meinung bist, ich will da jetzt was anderes hinhängen, dann hängst du einfach das andere da hin. Ja. Aber ich finde den Grundgedanken schon sehr cool und wesentlich hochwertiger als handelsübliche Poster. Mhm. Also, ja, da wollte ich nur mal ganz kurz drüber sprechen, weil ich da wirklich ein bisschen beeindruckt bin, wie mir das gefällt. Ja. Und ich dachte, die sind deutlich kleiner, aber die sind schon echt groß. Ja. Aber ich bin auch nicht in der Lage, irgendwie Größen abzuschätzen. Mhm. Es gibt halt einen offiziellen Sonic-Store, wo man, da gibt es ganz viele Comic-Cover, die man nehmen kann und, und, und. Also, ich lasse in den Weblinks zum Nachlesen, lasse ich mal einen Link da. Wie gesagt, an dieser Stelle, es ist teuer. Wir werden aber nicht dafür gesponsert oder sonst was. Ich habe es einfach nur entdeckt und fand es cool. Mhm. So, bitte, bitte hier nicht irgendwie mit irgendwas abstrafen. Das ist nur eine persönliche Empfehlung. Ja. Und jetzt muss ich gerade mal schauen. Normalpreis für die normale Größe sind übrigens 44 Euro, aber man kriegt da gerade 33 bis zu 41 Prozent pro Poster gespart. Also, ja, es ist viel Geld. Ja, das trotzdem, ja. Aber David, ich muss dir mal einen Link schicken, weil das tatsächlich etwas ist, was dir noch gefallen könnte. Vielleicht hast du ja Lust. Und, ähm. Nicht so viel Geld, übrigens für Merchandise. Aber es ist schon cool. Aber es ist ja cool. Es sieht schon verdammt cool aus, ja. Es wirkt sehr verlockend. Aber der Preis. Ja, muss man halt wirklich gucken, ob der Preis irgendwie für einen selbst gerechtfertigt ist. Für mich muss ich sagen, ich bin zufrieden damit. Okay. Was mich nur sehr stört, so mein Traumposter haben sie natürlich nicht. Und das ist Zelda Majora's Mask, das Key-Artwork von der 3DS-Version. Oh, okay. Schade. Das war jetzt fast schon ein Werbeblock, das tut mir leid. Aber ja, ihr kennt uns. Wir berichten gerne mal über Dinge, die wir halt uns gekauft haben und cool finden. Seien es Spiele oder eben Merchandise oder sonst was. Deswegen hoffe ich mal, das ist für alle okay. Ist okay. Wir unterstützen ja trotzdem die Sonic the Hedgehog-Franchise. Aber hey, falls Display uns mal sponsern möchte, ne. Hallo. Hey. Nee, ähm. Ich würde sagen, damit, falls du nichts mehr hast, David. Nö, nichts Großartiges eigentlich. Nichts Großartiges, aber was Kleinartiges vielleicht. Nö. Oh. Glaublich, nö. Dann übernehme ich mal für dich, äh, ja, ich hab Super Mario Wunder weitergespielt. Es ist immer noch großartig, ähm, Punkt. Ah, ich hab sogar, ich hab sogar durchgespielt. Sehr schön. Eines der besten 2D-Mario-Plattformer. Es war wundervoll, pun not intended. Ja, Mario muss ja halt auch mal gute 2D-Plattformer haben. Kann ja nicht nur Sonic haben. Stimmt, ja. Hin und wieder darf Mario auch mal. Autsch. Also, fairerweise muss ich aber auch sagen, die letzten Sonic-Plattformer 2D, die wir bekommen haben, waren besser als die letzten 2D-Mario-Plattformer, namentlich New Super Mario Bros-Reihe. Ja, sie sind, die Sonic-Plattformer sind auf jeden Fall aufregender, würde ich behaupten. Ja, so New Super Mario Bros, daran muss ich halt kritisieren, das war irgendwann, war es nur noch Copy-Paste. Oh ja. Der Wii-Teil war gut, Punkt. Äh. Geht. Der Wii-Teil gefällt mir tatsächlich von allen am wenigsten. Eben wegen dem Multiplayer-Fokus. Gerade deswegen habe ich es gespielt. Aber ich fand auch New Super Luigi U ganz cool. Ah ja, das habe ich nicht gespielt, weil da war ich dann so ein bisschen ausgecheckt von der Reihe. Ich habe nur Luigi U gespielt. Ach nein, warte, ich habe dann irgendwann zur Wii U, gab es gratis noch irgendwie, wenn man den Code beim Club Nintendo, oh mein Gott, eingelöst hat, hat man sich irgendwie ein Gratisspiel aussuchen dürfen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das lief, das ist viel zu viele Jahre her, aber da habe ich mich für News Super Mario Bros. U entschieden gehabt. Und deswegen hatte ich das dann auch irgendwann später, weil, also ich habe mir einen Code irgendwann nochmal auf Ebay gekauft, kurz bevor die Aktion vorbei war für 5 Euro oder so. Ja. Und den eingelöst und dann, ja, hatte ich noch eins. Ja. So, aber dann, jetzt News-Rückblick. Und dieser News-Rückblick wird interessant. Also es sind keine großen News, aber es sind ein paar coole News dabei. Mhm. Und mir wird die Ehre zu teilen, euch jetzt die ersten paar Minuten das Ohr mit ein paar News abzukauen. Ja. Wir haben das halt ein bisschen anders aufgeteilt. So eher blöckeweise. Und anfangen tun wir mit Sonic Dream Team. Es kommt am 5. Dezember raus auf Apple Arcade exklusiv. Das heißt, sie braucht ein iOS-Gerät oder ein MacBook mit einer gültigen Apple Arcade-Mitgliedschaft, die, naja, passend zum 5. Dezember auch teurer wird. Auf, ich weiß gar nicht wie viel, 6,99, glaube ich. Ich glaube 6,99, ja. Mhm. Und da wurde jetzt ein neuer Clip veröffentlicht. Wir haben letzte Woche schon darüber geschrieben, ja, geredet, dass wir ja Clips für einmal Sonic und Amy und einmal Tails und Cream bekommen haben. Und jetzt haben wir einen 12-sekündigen Clip natürlich auch noch für Knuckles und Rouge bekommen. Genau, ja. Und eine interessante Sache daran ist, während man sie im Video fast ausschließlich gleiten sieht, spricht die Beschreibung von diesem Clip von Explore and Climb. So etwas, was man diese Charaktere in dem Clip nicht tun sieht. Ja, nö. Aber es ist, wie gesagt, auch nur ein 12-Sekunden-Clip. Also so viel Gameplay kriegt man da leider tatsächlich nie mit. Ja, aber man sieht sie halt trotzdem nur gleiten. Sie hätten ja wenigstens einmal kurz das Klettern zeigen können. Hätten sie, aber ja. Aber nö, gar nicht. Sie haben es nur in die Beschreibung geschrieben. Ja, klettert. Und das Klettern sieht man einfach nicht. Aber man kann es machen mit den Charakteren. So viel stimmt wahrscheinlich. Aber ja, wir sind sehr gespannt auf Sonic Dream Team, wie es dann sein wird. Und ich hoffe, dass es mit dem Stream auch alles klappt dann. Ja. Denn das sieht halt immer noch sehr, sehr cool aus. Mhm. Und die Musik gefällt mir. Ja, die ist ziemlich interessant, ja. Ich bin sehr drauf gespannt, mehr zu hören. Also das, was wir in den Clips jetzt gehört haben, klingt mir noch ein bisschen zu generic happy. Aber die Auswahl der Instrumente und sowas. Und es funktioniert ganz gut und gefällt mir ganz gut. Ich hoffe, man kann da noch ein bisschen mehr Facetten als glücklich, generisch, happy dann hören. Oh, wahrscheinlich schon. Sonic Soundtracks haben eigentlich immer den Vorteil, dass sie sehr variationsreich sind. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass wird bei Dream Team nicht viel anders sein. Besonders so eine Themes, die hat richtig, so einen richtig geilen Final-Boss-Themes, die richtig stark anfangen und wo dann die Sonic the Hedgehog 4 MIDI-Sound-Fond reinkommt. Oh, ich liebe sowas. Wundervoll. Ich habe so viel Variation. Ah, Grüße gehen raus an Fangmarkt 2. Ah, schlimm, schlimm, schlimm. Aber ja, soweit mehr Sonic Dream Team News haben wir diese Woche nicht. Leider nicht, ne? Es ist halt auch ein Mobile Game. Das ist ganz klassisch, dass man da nicht so viele News bekommt, wie jetzt bei einem full-fledged, äh, Sonic Game. Mhm. Deswegen akzeptieren wir das. Ja. Und machen weiter mit dem neuesten Release aus dem Sonic-Franchise, nämlich Sonic Superstars. Mhm. Und, ähm, oh Gott, 7. Dezember müsste es sein, äh, sind die Game Awards moderiert und ich glaube auch ins Leben gerufen von Geoff Keighley. Genau, ja. Nur bei uns wird es eher in Richtung Freitag dann gehen, weil die werden ja relativ spät dann ausgestreut. Also das wird bei uns eher Freitag morgens dann sein. Also David, das streamen wir auch live, ne? Bitte? Das streamen wir dann auch live, ne? Ja, sure, auf jeden Fall. Ich meine, du guckst es dir doch sowieso an, du hast es dir auch letztes Jahr angeguckt. Ja, so nebenbei, aber keine Ahnung. Da kann man auch einfach schläfrig im Stream hocken und darüber reden. Ich habe eigentlich schon den Kumpel versprochen, dass wir zusammen schauen, also, mal schauen. Er kann ja einfach unseren Stream gucken. Ja. Ne, mal schauen. Keine Ahnung, ob ich da jetzt mehr so gebe, wenn es auch irgendwie im Stream sitzen will. Es wurde sich gewünscht, dass wir auch mal Reaction-Streams machen. Aha. Also. Wenn ich 100% verschlafen bin und eh kaum was rede. Nö, ich glaube, das ist nicht das richtige Setting. Okay, dann streame vielleicht ich und du sitzt einfach da. Und ich sitze im Chat und interagiere da ein bisschen. Das stelle ich mir angenehmer vor. Anstatt wenn ich alle einfach anschweige, weil ich die ganze Zeit am Müde sein und gehen muss. Ach, aber wenn ich alle anschweige, ist das okay. Nein, worum es auf jeden Fall geht. Am 7. Dezember sind die Game Awards. Ähm, und drei Sega-Spiele sind nominiert. Und eines davon ist Sonic Superstars. Und zwar in der Kategorie Bestes Familienspiel. Ganz genau, ja. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Sonic Superstars gewinnt. Ja. Allerdings, äh, finde ich es cool, dass es nominiert ist. Es ist zumindest toll, dass Sonic Spiel eine Nominierung wirklich abgekriegt hat, ja. Also, es wird schon allein deswegen nicht gewinnen, weil es mit, äh, New Super Mario Bros. Wonder in einer Kategorie ist. Also jetzt wird New Super Mario Bros. Wonder genannt. Und, ouch. Ja, hab ich, oi. Es tut mir leid. Bitte vergleichen dieses großartige Spiel nicht mit New Super Mario Bros. Es tut mir wirklich leid, okay. Okay. Akzeptiert. Äh, ich entschuldige mich, äh, bei Freunden und Familie und, äh, allen, die hier zuhören. Und, ach Gott, es gibt so viele Kategorien, äh, wo ist es denn, wo ist es denn, Best Family da. Ja, es ist zusammen mit, ja, lade, mit Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, tolles Familienspiel, ist das nicht Singleplayer, Sonic Superstars und Super Mario Bros. Wonder sind in dieser Kategorie. Ja, ganz ehrlich, ich würde es persönlich auch Party Animals gönnen, weil ich habe letztens extrem viel Spaß im Multiplayer mit Freunden gehabt in diesem Spiel. Es ist hilarious. Also, ich bin ganz ehrlich, ich sehe da Sonic Superstars nicht, nicht siegreicher vor allem. So leid es mir tut, letztes Jahr habe ich wirklich auf Frontiers gehofft, aber Superstars, es tut mir leid, das sehe ich, sehe ich nicht. Same, aber, wie gesagt, die Nominierung selbst ist ja auch schon wirklich cool. Ja, und für Most Anticipated Game haben wir Like a Dragon Infinite Wealth, das heißt, der achte Teil der Like a Dragon, aka Yakuza-Reihe. Und das steht zusammen mit Star Wars Outlaws, Tekken 8, Hades 2 und Final Fantasy 7 Rebirth, der zweite Teil von Final Fantasy 7. Und ich gönne es Like a Dragon Infinite Wealth sehr, weil ich mich sehr darauf freue, ich sehe aber nicht, dass es eine Chance gegen Final Fantasy hat. Ja, Final Fantasy wird es abholen, sowas von. Also, gegen Tekken 8, Star Wars Outlaws, Hades 2, da sehe ich Like a Dragon Infinite Wealth siegreich hervorgehen tatsächlich, das könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht nicht gegen Hades 2, weil der Titel, der wird auch mit sehr viel Hype irgendwie, nach dem großartigen ersten Teil, mit sehr viel Hype erwartet. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es die aussticht, aber Final Fantasy 7 2, I don't think so, I'm sorry. So gern ich es hätte, aber nee. Und dann haben wir noch in der Kategorie Best Sim Slash Strategy Game, jetzt muss ich die Kategorie hier erstmal suchen. Da ist nämlich Company of Heroes 3 nominiert, gemeinsam mit Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp, Cities Skylines 2, Fire Emblem Engage und Pikmin 4. Wir haben da drei Nintendo-Spiele in der Reihe, äh, in der Liste, also. Ja. Aber man darf Company of Heroes, glaube ich, nicht unterschätzen, das ist, glaube ich, eine echt verdammt große Reihe. Ja, ich glaube, die ist relativ populär auch, ja. Ich unterschätze das immer gerne, aber ich glaube, es hätte Chancen. Ja. Ich bin ja so... Wie gesagt, möchte man gar nicht meinen, aber Sega ist im Strategiespiel-Genre auch relativ stark vertreten, eben mit Company of Heroes und Total War. Ich habe das nur halt so gar nicht auf dem Schirm, weil das kein Genre für mich ist. Deswegen, ich sehe nur immer, wie groß die Booths an der Gamescom sind und wie viele Leute da anstehen, holy shit. Ja, ne, Strategiespiele haben noch definitiv eine Popularität, würde ich sagen. Aber ja, das sind unsere Nominierten für die Game Awards und es gibt noch ein Publikumsvoting. Die Nominierten in dieser Kategorie werden aber, glaube ich, erst später bekannt gegeben, oder? Boah, keine Ahnung. Also sowas letztes Jahr, dass das Publikums-Dingens irgendwie noch ein bisschen später kam, wo dann Sonic Frontiers sich mit Genshin Impact gebattelt hat. Oh ja, genau. Und Genshin Impact, wer kennt es nicht, das Spiel, was definitiv 2022 rausgekommen ist. Und ja, da bin ich immer noch salty. Das sollte in der Liste nicht drauf sein. Ja. Aber wenn man danach geht, dann sollte Sonic Frontiers auch dieses Jahr in der Liste sein, denn das hat auch weiterhin Support bekommen. Also, bitte, vielleicht haben wir noch eine Chance auf Sonic Frontiers. Mal schauen. Ja, mal schauen. Ich glaube es nicht, aber vielleicht. Nee, glaube ich nicht. Und ja, soviel zu Sonic Superstars. Kommen wir doch mal zu dem, das wir gerade genannt haben, nämlich Sonic Frontiers. Denn Überraschung, Überraschung, wir haben auch hier eine News. Und die kommt von Otani-San direkt auf Twitter von Tomoya Otani. Oh. Denn der Soundtrack Sonic Frontiers Paths Revisited, der ist jetzt auch in physischer Form erhältlich. Mhm. Und ja, Punkt. Er ist erhältlich. Das heißt, ihr könnt euch jetzt den Sonic Frontiers Soundtrack in seiner Gänze auf CD kaufen. Hierzulande müsst ihr allerdings schauen, ob ihr das importiert bekommt. Es gibt viele, viele große Händler, die das international verschippen. An dieser Stelle kein Sponsoring oder sowas, einfach eine Empfehlung, weil ich es dort gekauft habe, wäre play-asia.com. Und da kann man den importieren, ist nicht allzu teuer, sind aber hohe Versandkosten, weil das muss halt natürlich von Japan hierher. Ja. Und dauert dann auch ein bisschen, meiner wurde vor ein paar Tagen dann auch tatsächlich verschickt. Und mal gucken, wann er hier ankommt. Mhm. Ich bin gespannt. Aber es gibt einige Seiten, wo man eben sich Dinge aus Japan importieren kann. Seine Soundtracks, seine Spiele und, und, und. Ich habe nur mit der Seite gute Erfahrungen gemacht. Deswegen das so als kleine Empfehlung von meiner Seite. Und ich freue mich, wenn der Soundtrack hier ankommt, weil dann habe ich auch den kompletten Sonic Frontiers Soundtrack auf CD und ich freue mich drauf. Nice. Ich habe ihn zumindest digital. Oh ja. Tatsächlich hat Otani-san auf Twitter sogar gefragt, so, hey, habt ihr irgendwelche Empfehlungen, wie man das außerhalb von Japan sich besorgen kann? Und da haben zahlreiche Fans auch geantwortet. Und das finde ich sehr cool. Also den Tweet haben wir jetzt tatsächlich nicht verlinkt. Wir haben heute eh schon viel zu viele Twitter-Links drin. Ja, schon wieder. Aber ich kann schauen, dass ich ihn nochmal raussuche und dann entsprechend verlinke. Aber ich finde den gerade tatsächlich nicht. Vielleicht war es nur eine Antwort. Oh, okay. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ich finde es gerade nicht. Es tut mir leid. Ich suche es nochmal raus und versuche einen Link reinzustellen, weil da eben viele Leute aus der... Ah doch, da. Ha, ich habe es. Nice. Was hier empfohlen wird. Ich blabber das jetzt einfach mal raus. Hashtag Werbung, weil Shop-Nennung oder sowas. Einmal cdjapan.co.jp wird hier ein paar Mal empfohlen. Dann Solaris Japan. Oh, interessanter Naubi, ja. Dann otaku.co.uk. Das ist aber für Leute aus UK scheinbar. PlayAzer wird hier genannt. Ja, viel mehr Empfehlungen finde ich jetzt auf den ersten Schlag nicht. Aber es gibt auf jeden Fall zahlreiche Möglichkeiten. Was mir gerade noch einfällt, wäre, glaube ich, falls es das noch gibt, mal schauen. Genau, yesasia.com, zusammengeschrieben. Da kann ich mal nach Sonic Frontiers kurz gucken. Und ja, da gibt es den auch für umgerechnet circa 33 Euro. Okay, cool. Und ja, so haben wir einige Möglichkeiten, das eben zu besorgen. Und ich merke gerade, ich muss mir doch die japanische Version von Sonic Frontiers importieren, weil das ein anderes Cover hat. Oh, okay, wow. Und ja, soweit zu dieser News. Ansonsten ist der natürlich auch auf zahlreichen digitalen Plattformen wie iTunes, Amazon, Apple Podcast. Apple Podcast, ja, natürlich, Apple Podcast. Da könnt ihr uns übrigens bewerten. Ja, genau. Da sind wir drauf zumindest. Spotify und, und, und ist das auch digital verfügbar. Das heißt, falls ihr nicht so auf CDs steht, dann könnt ihr das Ganze streamen oder digital kaufen. Und das geht weltweit. Und jetzt kommen wir zu etwas, was für mich eine ganz, ganz spezielle News ist, eine ganz besondere News. Weil es handelt sich um mein absolutes Lieblings-Sonic-Spiel. Nämlich Sonic Unleashed. Und wir mussten extrem, extrem lange warten. Wir haben gebettelt und gefläht. Oh, nee, jetzt kommen die falschen Erwartungen. Und, ach, sag das doch nicht. Ich weiß, ich wecke hier gerade Erwartungen. Aber ich werde auch deliveren. Ich verspreche es. Denn, äh, solange wir uns schon einen PC-Release von Sonic Unleashed gewünscht haben, so wenig ist der wahr geworden. Und das passiert auch heute nicht. Allerdings schreiben wir heute, glaube ich, das zehnte Jubiläum davon, dass wir uns angefangen haben, das sehr, sehr hart zu wünschen. Eventuell, ja. Vielleicht sogar ein bisschen länger noch. Aber was noch viel cooler und viel wichtiger ist, Sonic Unleashed ist einfach fucking 15 Jahre alt. Ja. David, wir sind alt. Die Zahl ist so ein bisschen verrückt für mich. Ja, weil Sonic Unleashed war mitunter auch einer meiner Einstiege in die Sonic-Franchise. Wo es dann endgültig gefestigt war von dem, ja, ich bin jetzt offensichtlich Sonic-Fan. Wow. Und ja, dass das schon 15 Jahre her sein soll. Also, dass das basically die Hälfte meines Lebens ist, könnte man sagen. Und das ist schon ein bisschen insane, ja. Das fühlt sich sehr komisch an. Man muss ja allerdings auch ein bisschen differenzieren. Denn es handelt sich natürlich um den amerikanischen Release. Und Amerika hat das Ganze eine Ecke früher bekommen. Für Wii und PlayStation 2 zeitgleich mit Japan. Nein, doch nicht. Japan hat es einen Monat später. Was zur Hölle. Also, der 18. Moment. Im November ist der Releasetag in den USA für alle Versionen. In Europa ist es dann der 28. November. Wow, so viel später. Und für Japan ist die Wii und PlayStation 2-Version am 18. Dezember rausgekommen, 2008. Und die Xbox 360 PS3-Version am 19. Februar 2009. Ja, da kann ich mich so mal auf den Pferd erinnern, dass die um einiges später dran waren. Aber die Maus beißt keinen Faden ab. Sonic Unleashed ist 15 Jahre alt und das ist erschreckend hoch. Und das ist genauso erschreckend, dass das immer noch das bestaussehendste Sonic-Spiel ist. Das tut mir leid. Schon irgendwie, ja. Also, Pixel-Style ausgenommen. Aber ansonsten, was die HD-Spiele angeht, die Nicht-Pixel-Spiele, ist das einfach das bestaussehendste Sonic-Spiel. Gerade wenn man es heute auf der Xbox Series spielt mit dem 4K-Upgrade und allem. Ja. So, es sieht halt einfach bombastisch aus. Und so gerne ich die Grafik von Frontiers habe, aber es tut mir leid, Sonic Frontiers, du siehst dagegen scheiße aus. Deine Texturqualität ist höher, ja. Aber ansonsten, komm. Autsch. Aber keiner true. Sonic Unleashed ist extrem gut gehäutert. Also, nach wie vor. Das ist auch Generations, das muss man dazu sagen. Generations sieht ähnlich hübsch aus. Allerdings merkt man doch, dass das alles ein bisschen einfacher aussieht. Und das finde ich schade. Ja. Und ja, wir haben Sonic Unleashed vor einem Jahr live gestreamt. Und das war der Startschuss für unsere Live-and-Learn-Reihe. Mhm, stimmt. Deswegen hat er einfach einen ganz besonderen Platz in unseren Fanherzen. Ja, also ich liebe Sonic Unleashed und ja, ich mag es nicht, wenn dann irgendwie die ganze Zeit über das Spiel hergezogen wird. Nur weil man selbst es nicht mag. Oh, nö. Das mache ich. Ich würde sowas niemals tun. Absolut nicht, nö. Ich würde niemals sagen, dass Sonic Forces einfach ein gigantischer Müllhaufen ist. Autsch. Würde ich niemals sagen. Nein, nein. Nein, jedem seine Meinung. Natürlich. Natürlich. Für uns ist Sonic Unleashed einfach ein ganz, ganz großes Spiel. Für mich halt mein Lieblings-Sonic-Spiel. Für mich top 3. Für mich top 1. Dang. Oh ja, schaut euch Sonic Unleashed unbedingt mal an. Die HD-Version. Ja, bitte die HD-Version. Nicht Wii und nicht PlayStation 2 und schon gar nicht Wii mit einem Gamecube-Controller. Tut euch das nicht an. Macht es nicht. Ich habe es versucht, macht es nicht. Ganz schlechte Idee. Ganz, 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 ganz schlechte Idee. Aber ja, alles Gute. Sonic Unleashed. Vielleicht, 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 vielleicht werden wir ja irgendwann mal dich auf dem PC und in einer Remastered-Form erleben dürfen. Obwohl ich noch unsicher bin, jetzt wo ich Sonic Colors Remastered kenne, ob wir das wirklich wollen. Mal schauen. Ja, das wäre schon nett, wenn man Anleashed irgendwie mal auf mehr Plattformen hätte zumindest. Ja, und wir reisen heute ein bisschen durch Sonic-Spieler, die viel zu alt sind. Und deswegen ist unser nächster Stopp bei Sonic the Hedgehog 2006. Ja, ganz genau. Genau, das hat Jubiläum gehabt. Ja, wollte ich gerade sagen. Dieses Spiel hat auch ein Jubiläum gehabt. Dieses Spiel hat auch Geburtstag gefeiert. Nämlich am 15. November 2006, wie der Name so schön sagt, war soweit. Und jetzt haben wir den 17. Geburtstag. Also das ist auch 17 Jahre her. Meine Güte. David, David, David. Ja, ja, ja. Am 14. November. Oh, what? Der Tweet war einen Tag zu spät? Ah, nö, okay. Ich habe mich jetzt an den Tweet orientiert und habe gehofft, okay, er wird das Datum wohl hoffentlich wissen, woran wir akkurat wieder nehmen. Hier ein bisschen Einordnung, David. Ich weiß nicht, inwieweit du mit Geografie dich auskennst. Ah. Aber es gibt sowas wie Zeitverschiebung. Das war das Problem. Allerdings muss ich dazu sagen, das ist, ja doch, nee, das passt vollkommen. Das ist um 0.09 Uhr wurde dieser Tweet abgesetzt. Und er kommt halt aus Amerika. Oh ja, und da war es noch der 14. Okay. Genau. Okay, okay, da war es natürlich der 14. November, an dem Sonic 06 damals rausgekommen ist. Ich habe das gerade extra nochmal nachgeguckt, währenddessen, wer du gesprochen hast. Es tut mir leid. Ja. Aber ja, natürlich ein viel diskutiertes Sonic-Spiel, ein viel zerrissenes Sonic-Spiel. Aber ein wunderschönes Sonic-Spiel. Ich persönlich kann es absolut nicht leiden und ich verstehe jeden Kritikpunkt. Aber da gehen die Meinungen auch sehr stark auseinander. Aber du liebst es mir dabei zuzugucken, wie ich es kaputt mache. Ja, der ist allerdings sehr unterhaltsam. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass Sonic 06 nicht einen extrem großen Unterhaltungswert hat. Das kann man dem Spiel auf jeden Fall zugestehen. Und ich gestehe dem Spiel ja auch alles zu, was es scheiße macht. Aber ich habe halt irgendwie einen Softspot dafür. Das ist halt einfach mein Guilty Pleasure. Es tut mir leid. Ja. Aber ja, wie gesagt, Sonic 06, 17. Geburtstag. Und Sonic 06 hat dann auch, das ist so ein bisschen der Kontext der News, einen Geburtstags-Glückwunsch bekommen von einer ganz besonderen Person. Nämlich Pete Cabella, der Sprecher von Silver, hat eben im Grunde Silver, der ja... Ehemals. Also der ehemalige Sprecher, ja. Also der Sprecher, der ihn damals in Sonic 06 gesprochen hat und in den nächsten paar wenigen Spielen. Der hat eben Silver... Warte mal, er hat Silver danach in keinem weiteren Spiel gesprochen, oder? Ich glaube, in den Olympischen Spielen mal. Oh, stimmt. Und Sonic Riders. Sonic Riders hat da wahrscheinlich auch noch Voice Lines delivered. Also Sonic Riders, Zero Graffiti, im ersten Sonic Riders war es, glaube ich, nicht drin. Ich glaube nicht, ja. Das erste Riders kam 2005 raus. Da kann er noch gar nicht drin gewesen sein. Eben. Aber so Hauptspieler war er nur in einem. Oder hat er... Ne, Callas DS war auch schon jemand anders, oder? Ich glaube, das müsste dann schon der nächste Sprecher gewesen sein. Ja, weil das war ja dann auch so ein bisschen der Sprecherwechsel dann. Ja, genau. Okay, sorry für die Unterbrechung, aber... Alles gut. Aber ja. So eine Einordnung ist immer ganz... Finde ich immer ganz toll. Ist taktisch, ja. Stimmt schon. Aber ja. Pete Capella hat eben im Grunde einen Tweet getweetet, oder genau gesagt einen Geburtstagsgruß getweetet an eben Silver. Und eben gesagt, danke an alle, die Silver genauso lieben, wie er es tut. Und ja, wie gesagt, er hat damals für den echt starken Ersten Druck mit Silver eben gesorgt. Er ist letztendlich, wie gesagt, Mr. It's no use. It's no use. Ja. Damn this. Er hat jetzt für viele auch unterhaltsame Meeps gesorgt mit seiner Stimme. Und ich finde die Stimme auch letztendlich für sie immer sehr passend und gut gelungen. Also da will ich jetzt absolut nicht in irgendeinem Ort sagen, dass er eine schlechte Arbeit gemacht hat. Das ist auch meine Lieblings-Silver-Stimme weiterhin. Oh, okay. Bei mir ist es tatsächlich die Neue. Also die, die er aktuell seit Team Sonic Racing hat. Ja gut, ich habe aber auch Sonic 06 bis zum Erbrechen gespielt. Ich habe da ja Spielstunden im dreistelligen Bereich. Also vielleicht bin ich deswegen auch einfach zu sehr gewöhnt dran. Ja. Aber ja, ist einfach nett, dass ein Voice Actor von damals, von inzwischen schon 17 Jahren her, einfach nochmal hergeht und sagt, hey, ich habe diesen Charakter gesprochen. Alles Gute zum Geburtstag an diesem Charakter. Das ist einfach eine nette Sache. Und das wollten wir da nochmal ein kleines Shoutout geben. Ja, danke für die tolle Arbeit als Silver. Mhm, wie jedenfalls. Und vielleicht, wer weiß, kriegen wir auch nochmal einen Sonic 06 Remaster irgendwann. Oh Gott, bitte nicht. Eins, was nicht von Fans kommt. Ja. Bitte mit mehr Bugs. Bitte, 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 bitte. Ich brauche es noch kaputter. Bitte, ich flehe euch an, Sonic Team. Aber gut, was haben wir dann als nächstes? Als nächstes tun wir das, was Sonic nur in bestimmten Abschnitten in Sonic 06 getan hat und es da ein bisschen übertrieben hat. Denn wir werden schnell sein und Freunde und das für immer. Wow, was für eine Überleitung. Ich war mir jetzt nicht sicher, in welche Richtung du damit willst, aber wow. Ich muss mir die echt ein bisschen aus der Nase ziehen, weil, I don't know, Überleitungen sind manchmal schwierig. Nicht gerade von Sonic 06 zu Fast Friends Forever. Aha, eindeutig, ja. Aber ja, im Grunde haben wir wieder einen neuen Fast Friends Forever Comic bekommen. Aber warte mal, ich hätte eine viel bessere Überleitung finden können. Was Sonic und Silver für die meiste Zeit des Spiels nicht waren, das sehen wir jetzt. Fast Friends Forever. Wow, ja, okay. Die war tatsächlich ein bisschen besser. Wieso ist mir das nicht gleich eingefallen? Schade. Schade, schade. Aber wie gesagt, neuer Fast Friends Forever Comic ist gekommen. Kommen aktuell alle am Montag wieder. Also jeden Montag aufs Neue bekommen wir einen dieser Comics, wo jetzt im Grunde Fans oder auch Personen im öffentlichen Interesse, die zum Beispiel an diversen Serien gearbeitet haben, einfach so einen charmanten kleinen Vier-Panel-Comic zu Sonic the Hedgehog teilen. Und das wird dann im Grunde vom offiziellen Sonic-Twitter getweetet oder auch auf der Fast Friends Forever-Website dann geteilt. Aber ja, der aktuell Comic ist von Natalia Diaz. Ich hoffe, ich habe den Namen so richtig ausgesprochen. Und der zeigt im Grunde, wie Amy so ein bisschen, keine Ahnung, sie wirkt so ein bisschen traurig, ein bisschen niedergeschlagen und sitzt einfach auf einer Wiese und die Farben sind alle verdunkelt, fast schon schwarz-weiß. Und dann kommt einfach Wurst dazu und dann kommt noch ein bisschen später Cream dazu und die Formen werden laufend heller und heller. Und das soll einfach so ein kleiner netter Comic sein, um zu zeigen, hey, wenn man Freude um sich hat, dann schaut die Welt schon einiges besser aus im Grunde. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Message. Ja, würde ich auch sagen. Ja, also auch ein sehr netter Comic, ein sehr akkurater Comic natürlich auch. Jetzt liegt es natürlich an uns zu ergründen, warum Amy da so traurig da sitzt. Ja, genau. Wahrscheinlich hat sie Sonic wieder irgendwie stehen lassen. Ich würde sagen, sie hat einen Korb von Sonic bekommen. Das ist relativ offensichtlich, aber dann hat sie natürlich versucht, ihm hinterher zu laufen, ist dann gestolpert, hat sich ein Zehnagel abgebrochen, äh, ein Zehnagel, ein Fingernagel abgebrochen. Aha, okay. Und deswegen ist sie so traurig. Okay, das kann man akzeptieren. Also warum Amy so niedergeschlagen ist, dafür gibt es leider keinen Kontext, aber diese Erklärung kann man so nehmen. Die klingt auf jeden Fall relativ akkurat. Nice. Aber ja, und zur Person eben selbst, also zu Natalia Diaz, sie erzählt auch dann, wie gesagt, wieder ein bisschen von sich selbst. Also sie ist eben aus Brasilien und war immer schon Videospielfan, unter anderem durch ihren Vater. Und jetzt mag sie es einfach zu zeichnen und ist jetzt auch im Grunde so als Konzeptartist für Videospiele, hätte sie dann im Grunde engagiert worden. Und ja, auf Social Media ist sie bekannt für ihre Mädchen-Themed Illustrations. Keine Ahnung, was da jetzt irgendwie die perfekte Übersetzung ist. Also sie zeichnet halt gern Mädchen und vor allem auch Haare. Und dadurch ist sie einfach so ein bisschen bekannt geworden. Und ja, und sie hat dann auch noch zwei Online-Kurse eben gemacht, eben über Female-Character-Portraits, also weibliche Charakter-Portraits und eben, wie man Charaktere eben designt mit Persönlichkeit und Procreate. Das ist ja, glaube ich, so ein Zeichenprogramm. Bin ich selbst leider jetzt nicht allzu investiert darin. Ach, David. Ja, das ist gut, ich auch nicht. Und dann erzählst du noch was, ihr werdet liebt, Sonic-Charakter. Der ist nämlich Knuckles und das liegt hauptsächlich daran, weil sie eben früher Sonic Heroes gespielt hat und er war immer die erste Wahl, weil das Design und seine Kräfte einfach sehr cool waren. Damit ist diese Frau einfach schon mal in meiner Sympathie um 30 Punkte gestiegen. Ja. Und ja, erster Encounter mit Sonic, also das erste Zusammentreffen mit Sonic, war dann auch, wie gesagt, Sonic Heroes. Es gibt sicher einige Fans, die das teilen, weil Sonic Heroes war einfach der erste Multiplattform-Titel für die Franchise und viel mehr Leute haben dann jetzt plötzlich Zugang zur Sonic the Hedgehog Franchise eben bekommen. Da war Sonic Heroes wahrscheinlich ein guter Einstiegspunkt dazu. Und ja, das ist einfach so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Natalia Dias, wie sie eben selber zur Franchise gestoßen ist und finde ich nett und ist, wie gesagt, ein sehr unterhaltsamer und netter Comic gewesen wieder. Und bin schon gespannt, wie es dann nächsten Montag weitergeht, als für euch heute. Also haltet vielleicht die offiziellen Sonic the Hedgehog Medien so ein bisschen im Auge. Ja, und wer das getan hat, der hat diese Woche wahrscheinlich auch etwas anderes mitbekommen, was neu angekündigt wurde. Denn ein neues Sonic-Spiel wurde angekündigt. Schon wieder. Schon wieder. Es hört einfach nicht auf. Was ist es immer mit diesem neuen Sonic-Spiel? Allerdings dieses Mal kein Videospiel, sondern ein Brettspiel, das auf den Namen Sonic Roll hört und mit einem Würfel gespielt wird. Yep. Das ist das, was die Fanbase etwas, äh, ja, gememt hat, sagen wir mal so. Oh ne, es ist Sonic Shuffle 2. Nein. Also einfach die Tatsache, dass du einen Würfel hast und es Sonic Roll heißt. Ich meine, ja, du rollst halt den Würfel, aber Sonic und Würfel, das passt nicht. Von der Form her, weißt du, so in die Richtung ging das. Der Würfel sollte tatsächlich rund sein. Dann würde es besser passen. Aber ja, David, worum geht's denn in Sonic Roll? Ja, also Sonic Roll, wie gesagt, ist ein neues Brettspiel, was auf dem Weg ist. Und es dauert auch nicht allzu lange, bis es dann letztendlich da ist. Es wird nämlich von Cass Entertainment im Jänner, Januar 2024 herausgebracht. Sorry, ich hab mich schon korrigiert, alles gut. Ich hab schon wieder einen halben Herzinfarkt gehabt, als du Jänner gesagt hast. Sorry, ich gebe mir, dass ich mir das merke für Podcast und alles. Aber ja, im Januar 2024 ist es schon soweit. Da kommt Sonic Roll raus. Und Sonic Roll soll eben so eine Art 1-4-Spieler-semi-kooperatives Brettspiel sein. Also semi-kooperativ klingt für mich relativ interessant, weil das impliziert, okay, man hält so ein bisschen zusammen, aber nicht nur, sondern man versucht sich schon irgendwie gegenseitig auch auszustechen. Und ja, man kann dann in die Rolle von Sonic, Tails, Amy oder Knuckles schlüpfen, um eben Dr. Eggman und seine Badniks zu besiegen. Und wie das dann letztendlich genau funktioniert, ist noch nicht 100% ersichtlich. Also die Beschreibung ist aktuell noch relativ vage. Aber man hat dann auch noch ein Bild, wie dieses Brettspiel dann in der Tour aussieht, mit den ganzen Würfeln und allem möglichen, den ganzen Brettern, den Karten. Es wirkt der, keine Ahnung, sehr konfus ein bisschen. Ich kann da irgendwie noch kein ordentliches Spielsystem ableiten von diesen ganzen Sachen. Ich auch nicht. Also keiner wird man da wahrscheinlich im Regelnbuch dann sehen, wenn das Spiel dann wirklich draußen ist. Und eine Kleinigkeit, die mir noch ganz besonders gut gefällt, persönlich, ist einfach das Cover-Artwork von Sonic Roll. Also das, was man auf der Packung drauf sieht, ist von Tracy Yardley gezeichnet worden. Und Tracy Yardley hat ja schon bei den Archie-Comics sehr viel gezeichnet. Er hat bei den IDW-Comics schon sehr viele Hauptausgaben und Cover gezeichnet. Also ein sehr bekannter Sonic-Zeichner. Und dementsprechend sehr cool, dass er da die Chance bekommen hat, auch was für ein Brettspiel zu machen. Und ja, das ist Sonic Roll. Wie gesagt, wir wissen jetzt noch nicht allzu viel, aber es kommt in drei Monaten raus. Und spätestens da werden wir dann hoffentlich ungefähr sehen, wie es mit den Regeln aussieht, wie man dieses Spiel dann tatsächlich spielt. Aber es wirkt auf jeden Fall recht nett. Ja, und das ist nicht... Ja, also, nein. Ich hab meinen Faden komplett verloren. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Das war es jetzt erstmal nämlich mit positiven News. Denn wir haben auch noch eine sehr schlechte News. Das ist aber zum Glück die einzige schlechte News. Also ganz, ganz entspannt. Also, mehr oder weniger? Später kommt noch was, wo jetzt wahrscheinlich auch sich die... Ach so, ja, gut. Ja, unter anderem unsere beiden. Aber ja, diese News hat mich tatsächlich ein bisschen getroffen, weil ich anderer Ansicht war von dem, was wir wussten. Denn es geht jetzt wieder um die Aegis CWA-Gewerkschaft. Die, ja, die Gewerkschaft, die sich gegründet hat innerhalb von den Sega-Angestellten. Ja. Und jetzt scheint es so zu sein, also, eigentlich, was wir gehört hatten, war seitens Sega-Support dafür. Jetzt kommen aber Berichte ans Tageslicht, die auch von Aegis CWA bestärkt wurden, dass das Sega-Management tatsächlich versucht, diese Gewerkschaft zu zerschlagen und mit Kündigungen droht. Mhm. Und das finde ich irgendwie, I don't know, das finde ich nicht gut. Absolut nicht, ne. Und das richtet sich halt vor allem gegen Menschen, die dort in Teilzeit oder mit befristeten Verträgen arbeiten, die sich halt durch diese Gewerkschaft ein bisschen absichern wollten und absichern wollen, um ihre Rechte besser durchzusetzen, was halt unheimlich wichtig ist. Ja. Und da wird jetzt halt einfach irgendwie, ja, wieder draufgeschlagen. Und für Leute, die jetzt, also für die von euch, die jetzt vielleicht nicht wissen, wieso ist denn das mit Gewerkschaften da so ein großes Ding? Hier in Deutschland geht das doch auch. In Amerika sind Gewerkschaftsbemühungen ganz, 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 ganz schwierig. Ja. Weil meistens Gewerkschaftsbemühungen, wenn eine Gewerkschaft gegründet werden soll, das wird meistens im Keim direkt erstickt. Und Leuten wird mit Kündigung gedroht, Leute werden unfair behandelt während dieses Gründungsprozesses. Und Gewerkschaften sind da, also generell Arbeitsrecht in den USA, ganz, ganz, ganz schwierig. Ja, schwieriges Thema leider, ja. Und da jetzt zu hören von einer Firma, von der ich eigentlich dachte, dass sie die Gewerkschaftsbemühungen unterstützt hat, dadurch, dass ja auch die HSTWA die Wahl gewonnen hat zur Gewerkschaft und dass das alles funktioniert, jetzt irgendwie, dass da mit Massenkündigung gedroht wird für alle, die halt irgendwie da in der Gewerkschaft sind, das ist scheiße. Ja, das sagt. Und ich finde, das sollte wirklich einen lauten, lauten Aufschrei auslösen. Das hoffentlich eben schon auch ein bisschen, auch in der Sonic Fanbase selbst jetzt so ein bisschen, ja. Und ja, es soll halt bis zu 40 Prozent der Mitarbeitenden, die Mitglieder in der Gewerkschaft sind, wird halt mikuliert, oder wird halt gesagt, dass die gekündigt werden sollen. Das ist, das ist krass. Ja, das ist eine extrem große Zahl und eine extrem unverhältnismäßige Zahl, würde ich auch behaupten, ja. Ja, und vor allem gerade in sowas wie der Videospielbranche, wo Crunch an der Tagesordnung mittlerweile ist, was absolut nicht okay ist. Ja. Gerade da finde ich das jetzt echt schwierig und es ist halt wieder Management. Ich hasse sowas. Ja, Unternehmen sind nicht deine Freunde in den meisten Fällen. Also wir halten euch da auf jeden Fall up to date, wenn es neue Informationen gibt. Und jetzt kommen wir erstmal wieder zu positiveren News. Mhm. Oh, warte, soll ich gleich weitermachen, oder? Ja. Ja, das war wieder die typische unangenehme Pause, aber ich hatte jetzt keine Überleitung, wie man von, die Leute sollen gekündigt werden, auf, hey, hier ist ein neuer Comic-Cover kommt. Deswegen dachte ich, ich mache das einfach so simpel. Ja, stimmt schon. Das macht mehr Sinn. Aber ja, wir haben auch wieder ein paar neue Comic-Cover-Eimer heute zu den IDW-Comics. Wie gesagt, da läuft ja aktuell alles noch sehr fleißig weiter und wir bekommen da auch bald mal neue Ausgaben. Nicht nur, was die Hauptreihe angeht, wobei dazu später noch die News, sondern auch, was jetzt neue Miniserien und Einzelausgaben angeht. Und eine dieser Miniserien, die jetzt im kommenden Februar starten sollte, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste der Februar sein, ist die Fang-The-Hunter-Miniserie. Januar. Januar sogar, okay. Ich meine, ich habe Januar gelesen. Ah. Oder war Ausgabe 69? Nice. War die im Januar. Oder das? Ja, könnte auch sein. Kann sein, dass ich das vertausche. Wait a minute. Lass mich jetzt nochmal... Ah, da steht nirgends im Release-Datum. Why? Da vielleicht was? Ah doch, am 17. Januar soll die erste Ausgabe von Fang-The-Hunter-Miniserie kommen. Ja, 17. Januar 2024. Genau, also diese zweite Ausgabe kommt dann wahrscheinlich dann im folgenden Februar. Und zu dieser zweiten Ausgabe haben wir dann auch zwei neue Cover erhalten. Nämlich das Cover... Du hast jetzt gerade schon wieder Februar gesagt. Hä? Du hast gerade schon wieder Februar gesagt. Ja, ja, die zweite Ausgabe kommt dann im Februar. Ach Gott, ja. Wir haben hier eine Cover von der zweiten Ausgabe, ja. Ach, es tut mir leid. Ich bin... Ich bin wirr. Ich meine, ja, wir reden jetzt auch schon fast wieder über eine Stunde. Yay. Sehr viel Zeug auf einmal. Aber ja, also die zweite Ausgabe von Fang-The-Hunter, die kommt dann im Laufe des Februar oder sollte im Laufe des Februar auftauchen. Und davon haben wir dann zwei neue Cover bekommen. Nämlich einmal das Cover A. Und dieses Cover wird gezeichnet von Aaron Hammerstrom, der auch schon sehr viel eben für IDW-Sonic auch gezeichnet hat. Großartiger Zeichner. Und da sieht man im Grunde Fang in einer Konfrontation mit Knuckles. Im Hintergrund sind irgendwie Park und Bean gefesselt. Und dann sieht man nochmal Sonic & Tails und ein Luftschiff, wo ich mir jetzt nicht sicher bin. Und man sieht zwar eine Insignia auf diesem Luftschiff, aber ich habe irgendwie nicht den Vibe, dass dieses Luftschiff Eggman gehört. Also keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Das weiß ich auch noch nicht. Ja, wird man dann in dieser Ausgabe erfahren, schätze ich mal. Vielleicht sind das die Babylon Rogues. Könnte sein. Obwohl im Klassik-Sonic-Universum eher nicht. Das war auch nur ein Spaß damit. Glaube ich eher nicht, weil das ist in der Klassik-Miniserie. Aber es könnte tatsächlich die Battle-Bird-Armander sein. Nein, es ist Eggman. Es ist Eggman. Es ist ein Logo. Ja, warte. Ich habe mir das nämlich einfach mal in einem neuen Tab geöffnet und rangesoomt. Ich schicke es dir mal. Ja, bitte. Das ist definitiv das Eggman-Logo. Oh ja, okay. Stimmt. Ja, das sieht nach Eggman aus. Also ja, Sonic & Tails sind da scheinbar wirklich auch unterwegs, um eben Eggman wieder zur Strecke zu bringen. Je nachdem. Also scheinbar wechselt die Perspektive da auch auf sie nochmal. Und ja, das wäre Cover A. Wir haben dann auch nochmal ein Cover B bekommen. Auch sehr unterhaltsames Cover von Thomas Rufflisberger. Und noch von, Moment. Art Bonny. Ja, genau. Art Bonny. Whitmer Villager scheint nicht der Name zu sein. Ich schreibe gerade, ob ich irgendwie den Namen rausfinde. Aber scheint mir nicht. Auf Twitter vielleicht. Warte mal, Art Bonny kommt mir sehr bekannt vor. Mir auch eben. Ja, ich glaube, da haben wir schon mal irgendwie, ist schon mal erwähnt worden letztens, was IDW Sonic angeht. Hätte ich hier, äh, IDW Sonic Artist. Ah, ich finde den Namen nicht. Hat unter anderem Sonic the Hedgehog 58 das Cover B gemacht, wie ich sehe. Äh, und von Fang the Hunter sicherlich auch irgendwie ein Cover von der ersten Ausgabe. Mhm. Ach, hier ist so, so, so viel. Äh, scheint auf jeden Fall bei IDW schon ein Begriff zu sein. Ja. Ich kann nur leider nicht sagen, wie ich weiß. Also ich schaue auch schon nebenbei ein bisschen, aber ich finde den Namen jetzt auch nicht 100% raus, leider. Aber, wie gesagt, also dieses Cover B sollte eben von zwei Personen gemacht worden sein. So ein wieder Zusammenschluss und sieht auch sehr cool aus. Also wir haben da im Grunde Fang gegen Knuckles einfach ganz vorne. Und im Hintergrund stehen Bark und Bean so ein bisschen verwirrt, ein bisschen unschlüssig, was sie jetzt eigentlich machen sollen. Wird Fang und Knuckles sich irgendwie so, keine Ahnung, anfauchen, keine Ahnung. Ich mag tatsächlich, weil das eine richtig coole Wirkung hat, diese, diese dicken Konturlinien. Ja, das sieht cool aus. Also mir gefällt das Cover echt verdammt gut. Ähm, warte mal. Ich, äh. Aber das ist jetzt, das ist jetzt blöd. Selbst die Signatur auf dem Cover ist nur Magic Bun. Ah, okay. Dann nehme ich einfach tiefen Namen. Ja. Schwierig. Das ist dann einfach der Handel, mit dem sich diese Person identifiziert. Ja. Aber ja, wie gesagt, sehr cooles Cover. Und diese Ausgabe, Fang, die Hunter, Ausgabe Nummer zwei, kommt dann voraussichtlich im Laufe des Februar. Und jetzt in Richtung nächste News, weil da habe ich tatsächlich jetzt selbst eine kleine Überleitung, was nämlich nicht mehr im Februar rauskommt, ist... Oh. Ja. Ist die folgende Ausgabe. David wird angerufen. Ja. Hier eine kurze Unterbrechung. Hier eine kurze Unterbrechung. Sorry, da muss ich mal kurz rangehen. Okay, sorry. Bin wieder da. Sehr gut. Dann kann David auch direkt die News weitermachen, weil umso weniger muss ich schneiden. Okay, ja. Aber ja, wie gesagt. Also ihr habt jetzt wahrscheinlich nur eine ganz kurze Unterbrechung gehört. Vielleicht lasse ich da ein, zwei Sekunden Abstand. Vielleicht auch nichts. Aber, naja. Aber ja, wie gesagt, also... Ironisch, dass es genau vor dieser News übrigens kam, der Anruf. Genau bevor wir die Magic Number droppen. Genau, ja. Und zwar handelt es von Ausgabe Nummer 69, tatsächlich von den... Nice. Nice. Und was die Hauptausgaben selbst angeht, haben wir da jetzt auch eine kleine Hiobsbotschaft für alle, die diese Ausgaben von IDW Sonic jetzt gerne verfolgen. Wir bekommen nämlich eine kleine Pause. Nein. David, das ist ein Drittel vom Jahr. Eben, ja, kleine Pause unter Anführungszeichen. Das könnte doch schlimmer sein. Archie, Megaman Comics, die sind nach wie vor in Pause seit irgendwie gefühlt zehn Jahren bald. Was gut ist, das heißt, man kann sie noch kaufen. Keine Ahnung, glaube ich auch nicht. Doch, man kann sie digital noch kaufen. Also anders als die Sonic Archie Comics. Das ist was Gutes gerade. Okay, okay, ich meine. Aber ja, im Grunde ist sie jetzt bestätigt worden vom IDW Sonic Editor David Mariot. Er hat eben gesagt, letztens, oder bestätigt, wie Fans sie gefragt haben, hey, wo ist eigentlich jetzt Ausgabe Nummer 69 bei dieser ganzen Vorschau, die wir für Februar bekommen haben. Und dann hat David Mariotte bestätigt, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, hat bestätigt, dass es jetzt durch die Miniserie Fang the Hunter mit den Hauptausgaben eine Pause gibt. Und zwar so lange, bis diese Miniserie dann im Grunde fertig ist. Also im Detail bedeutet das, wir müssen jetzt gute vier Monate voraussichtlich warten, bis es mit den Hauptausgaben weitergeht. Beginnen mit Ausgabe Nummer, also Ausgabe Nummer 68 ist die letzte Ausgabe, die wir dann bekommen. Voraussichtlich im Januar oder im Dezember. Und dann gibt es eine Pause, eben bis Fang the Hunter fertig ist. Und dann geht es erst mit Ausgabe Nummer 69 weiter. Voraussichtlich im April, wenn es jetzt wirklich ein monatlicher Rhythmus ist. Ja, ich finde das ein bisschen sehr schade. Es ist ein bisschen ungewohnt, ja. Weil früher war es immer so, die Miniserien sind gleichzeitig zu den Hauptausgaben rausgekommen. Ungefähr mit dem Poster-Syndrom hat es da eine kleine Ausnahme gegeben. Aber ansonsten war es einfach so, die Hauptausgaben sind einfach munter weitergegangen. Und die Miniserien sind dazwischen rausgekommen. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ganz kurz, vor dem Podcast. So Imposter-Syndrom, da war das okay. Weil das war der Art quasi von Kit und von Surge. Und so der Lead-Up zum großen Showdown in Ausgabe 50. So da war das okay. Und die Gründe, da bin ich nicht ganz sicher, ob das wirklich die Gründe waren. Aber es könnte viel noch an Corona und sonst was gelegen haben, dass da halt ein unregelmäßigerer Rhythmus war. Ja. Aber so, damals war es halt, ein Monat kam Imposter-Syndrom, ein Monat kam normale IDW-Ausgabe, die aber beide im selben Universum spielten. Jetzt haben wir vier Monate Pause wegen einer komplett alleinstehenden Reihe im Classic-Universum. Und das finde ich nicht toll, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist nicht ideal. Da bin ich auch nicht ganz dafür. Weil im Grunde wird jetzt einfach die Hauptreihe von IDW für vier Monate pausiert. Wir bekommen zwar Comics, aber die sind halt in einem Nebenuniversum, im Classic-Sonic-Universum, die jetzt mit den regulären IDW-Comics absolut nichts am Hut haben. Und ja, das ist ein bisschen bedauerlich und nicht ideal. Finde ich auch wirklich allzu cool. Wir werden vielleicht die Zeit nutzen, um in der Zeit dann halt einfach mal unsere Comic-Reviews hier in dem Podcast als auch auf der Website dann up-to-date zu bringen. Genau, ja. Da bin ich ein bisschen hinten aus. Diese Pause gibt mir zumindest die Chance, jetzt gut aufzuholen. Immerhin etwas. Und wir sind ja irgendwie bei Ausgabe, oh Gott, 32 oder sowas hängen geblieben hier im Podcast. Könnte sein, ja. Wann war Sombat vorbei? 28, oder? So ungefähr, hoffe ich. Aber ich habe es jetzt nicht mehr wirklich im Kopf. Aber ja, dass wir da dann vielleicht mal in diesen vier Monaten die Chance nutzen, aufzuholen und bis zum aktuellen Arc zu reviewen. Ja. Mal schauen, ob wir das schaffen. Genau, ja. Ich glaube noch nicht so 100 Prozent dran, aber wir werden es versuchen. Die Chance ist da, ja. Aber ja, also alle Comic-Fans, die müssen sich jetzt leider darauf einstellen, vier Monate darauf zu warten, wie es jetzt mit der Hauptreihe wirklich weitergeht. Aber was ich auch gelesen habe auf Twitter unter anderem ist halt, dass sie bestimmt was Gigantisches einfach am Kochen sind für Ausgabe 69. Nice. Nice. Ich hoffe es. Also hoffentlich kommt die Reihe dann wirklich richtig stark wieder zurück. Und es geht plottechnisch dann wieder, keine Ahnung, in Richtung von der größeren Arc auch. Wir haben ja jetzt aktuell diese ganzen zwei Ausgaben, wo einfach so zwei kleine Slice-of-Life-Geschichten mit dabei sind. Die an sich sehr charmant sind, aber sie bringen halt den allgemeinen Plot nicht gar so stark weiter. Also hoffe ich mal, mit Ausgabe Nummer 69 geht es dann wieder in Richtung größerer Arc. Aber wird man dann auch sehen, ja. Aber wie gesagt, erst frühestens im April, wie es aussieht. Ja, und um die Wartezeit etwas zu überbrücken, haben wir natürlich auch neues Merchandise. Allerdings weiß ich nicht, ob das auch hier in Deutschland der Fall ist. Ja. Ich muss danach mal gerade ganz kurz nebenher googeln. Denn es gibt ein neues Happy Meal in Europa mit neuem Sonic-Spielzeug. Und in Deutschland gibt es das nicht, weil in Deutschland gibt es keine Spielzeuge mit Plastik mehr, wie es aussieht. Und was an sich gut ist. Und die Spielzeuge sind auch nicht so hübsch jetzt, muss ich sagen. Aber das lasse ich gerne euch entscheiden. Ich öffne doch mal diesen Link. Oh mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein. Denn es gibt jetzt neue Sonic Racer Spielzeuge. Also, die sind eine Anspielung auf Sonic Riders mit riesigen Rädern. Können sie leider nicht. Schade. Also, was ich hier gerade in den Kommentaren lese, ist so, yo, it's him. Und dann so, Sonic Skateboard. Oh nee. Aber das sind halt einfach, ja, im Prinzip Artworks, die man auf so ein Ding gestellt hat. Und die kann man halt durch die Gegend fahren lassen. Gibt es von Sonic in drei Versionen, von Knuckles in zwei Versionen, von Tails in drei Versionen, von Amy in drei Versionen und von Shadow in einer Version. Shadow hat leider nur ein Artworks bekommen. Sehr schade. Und das sind zum großen Teil Artworks, die wir aus anderen Properties kennen. Allerdings sind auch welche dabei, die ich noch nicht gesehen habe. Wie zum Beispiel Sonic Racer A. Das erscheint mir neu. Amy Racer B. Ehe kenne ich gerade auch so spontan nicht. Ja, aber die anderen kommen mir vor, als hätte ich sie alle schon mal gesehen. Aber auf jeden Fall, die beiden kommen mir neu vor. Ja, könnte schon sein, ja. Dass da vielleicht ein bisschen was Neues mit dabei ist. Und diese Aktion wurde jetzt bei McDonalds in Griechenland gefunden. Also, falls ihr gerade in Griechenland seid, ne? Es gibt Sonic-Spielzeug bei McDonalds, ja. Und das kommt wohl auch in andere europäische Länder. Die Hoffnung, dass es bei uns landet, ist aber gering, weil, glaube ich, bei uns keine Plastik-Spielzeuge mehr in die Happy Meals geschmissen werden. Wie gesagt, aus Umweltaspekt sehr gut, aber natürlich trotzdem ein bisschen schade für Sonic-Fans. Ja. Und das bringt uns zu unserer letzten News. Etwas, worüber ich eigentlich brennend gerne reden wollte in dieser Folge. Aber natürlich hat der liebe David es noch nicht gesehen und natürlich habe ich es auch noch nicht gesehen. Ja, tatsächlich. Da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Es geht um Scott Pilgrim Takes Off. Der neuen, des neuen Scott Pilgrim Animes, der auf Netflix gerade läuft. Seit dem 17., glaube ich. 17. November. Ich glaube, ja. Das war genau der Top mit der Sonic-Symphony. Deswegen habe ich das im Kopf gehabt. Und ich habe jetzt gerade kein Netflix-Abo, deswegen konnte ich es nicht gucken und David hat... Keine Zeit? Sagen wir es so, ja. David hat keine Zeit, in Anführungsstrichen, und ist deswegen nicht geschaut. Ich wollte es mit dem Kumpel schauen und das hat sich noch nicht ergeben. Ich glaube, das ist besser. Und es gibt eine Sonic-Anspielung. Wir werden jetzt nicht zu viel spoilern. Wir werden nicht spoilern, wann es kommt, nicht in welcher Szene. Das könnt ihr euch im verlinkten Sonic-Stadium-Artikel in den Weblinks zum Nachlesen auf YouTube und auf spindash.de im Newsartikel durch anschauen. Da ist auch die Szene einmal als Clip drin. Geht etwa eine Minute. Und da spricht Scott mit jemandem, der Hauptcharakter Scott, und sagt... Hier, kleine Spoiler-Warnung. Es gibt eine Minute vor, wenn ihr das nicht hören wollt. Also im Prinzip, hey, kennst du Sonic the Hedgehog? Du wusstest das vielleicht nicht, aber in den 90ern gab es zwei verschiedene Sonic-Cartoons. Der eine war halt super dark und dunkel und dramatisch und der andere war super witzig und über Chili Dogs. Und der gleiche Typ hat Sonic in beiden Versionen gespürt. Ist das nicht wild? Der gleiche Typ hat zwei verschiedene Versionen vom selben Typ gespielt. Und dazu sage ich Wild. Brä. Wow. Schlimm. Wahnsinn. Und das ist halt einfach so... Ich weiß nicht, das spielt auch so viele schöne Sachen an eigentlich. Man ist halt nervös und dann, hey, wusstest du schon? Und dann so, random Trivia-Fact. Random Videospiel-Trivia, ja. Kommt immer gut an. Hat auch... Ja, nee, nee, das sage ich nicht. Es gab mal dieses eine Meme, wo... Das ist so ein Screaming-Boyfriend-Meme, glaube ich. Okay. Warte, ich muss mal kurz danach googeln. Wo halt das Mädchen einfach da steht und der Freund irgendwie betrunken da steht neben ihr und schreit sie halt an. Mit irgendeinem... Ah, ja, hier. Ich habe eine Version des Memes gefunden. Ich schicke sie mal. Du wirst es garantiert erkennen. Aber es ist umgekehrt, denn das Mädchen schreit ihn an. Okay. Und das hat für mich einfach same Vibes. Schon ein bisschen, ja. Da gab es noch andere Variationen von dem Meme, aber ich finde die Anspielung ist für mich irgendwie da. Also es ist das Screaming-Girlfriend-Meme, würde eher passen wahrscheinlich. Ja. Ich muss mal kurz gucken, ob man das besser findet, aber... Nee, nee, so finde ich es auch nicht. Girl Explaining heißt das Meme auf Know Your Meme. Okay, ja. Und... Ah, genau, ich habe das gefunden, woran ich eigentlich gedacht hatte. Milk Edinburgh. Sometimes called Guy Explaining. Wow, okay. Und an das habe ich halt irgendwie gedacht, so... Hey, wusstest du eigentlich damals in den 90ern? Ja. Ich glaube, das kommt irgendwie hin. Ah, ja, so... Ich finde das sehr cool, dass eine Sonic-Anspielung in dem Anime drin ist. In dem Film, in dem Live-Action-Film, war das nämlich eine Pac-Man-Anspielung. Aha. Und ja, cool, dass sie das durch Sonic ersetzt haben. Ich meine, ja. Das ist mal wieder so ein bisschen Futter für Sonic-Fans. Ja. Und Scott Pilgrim spricht ja sehr viele Videospielreihen an. Also da gibt es ja Easter Egg nach Easter Egg nach Easter Egg. Scott Pilgrim ist eine laufende Videospiel-Anspielung. Das Cover vom Spiel war literally ein Sonic-Adventure-Artwork. Genau, ja. Also kann man erwarten, dass da einfach populäre Videospielreihen einfach erwähnt werden und immer wieder mal so einen kleinen Shoutout bekommen. Aber schön, dass Sonic Tiefmann auch dabei ist, ja. So, und jetzt haben wir damit unseren News-Rückblick abgeschlossen. Mhm. Hat noch ein bisschen länger gedauert als erwartet, aber ich glaube, die Sonic-Boom-Diskussion, die jetzt kommen wird, können wir... Ja. Müssen wir nicht ganz so ausführlich halten. Ja, würde ich auch sagen. Weil ganz nebenbei, ich habe es nach wie vor nicht gespielt, also. Ja, aber David hat die ganze Zeit zuschauen müssen. Ja, ich habe zuschauen müssen. Ich wäre mehrmals fast dabei eingeschlafen, aber ich bin stark geblieben. Und ich habe es ja am Anfang schon ein bisschen angeteasert. So, also wir starten jetzt, habe jetzt in die Sonic-Boom-Lyrics-Aufstieg-Diskussion. Und was ich ja am Anfang meinte ist, dass dieses Spiel so ein ganz, ganz, ganz großes Problem hat, was alle anderen Probleme überschattet, weswegen das Spiel wahrscheinlich unterm Strich doch ein bisschen positiver wegkommt, als es zu erwarten wäre bei mir. Und vielleicht auch bei dir, David. Und dieser Punkt ist, dass es einfach furchtbar langweilig ist. Ja, ich glaube, das ist die perfekte Tagline für dieses Spiel. Einfach furchtbar langweilig. Ich kann einfach über sämtliche Bugs, die passiert sind, hinwegsehen. Ich kann darüber hinwegsehen, dass das Ding meine Wii U gegrillt hat. Ich kann darüber hinwegsehen, dass das Voice-Ax-Ding einfach unter aller Kanone ist in der englischen Version. In der englischen Version auch? Teilweise schon. Also, was Lyrics-Synchronsprecher da teilweise macht, was Sonic-Synchronsprecher, also Roger Craig Smith, einfach nicht, also die Synchronleistung ist gut. Das Writing und die Voice-Direction sind halt nur scheiße. So, das trifft es besser. Ich glaube, das ist eher das Problem, ja. Und, I don't know, sowohl im Deutschen als auch im Englischen funktioniert da einfach, das alles halt irgendwie nicht, aber halt irgendwie erfüllt es seinen Zweck, schon für das, was es halt ist. Aber das alles hilft nicht, darüber hinwegzutrösten und nichts ist so schlimm wie die Tatsache, dass es langweilig ist. Ja. Das ist absolut stinklangweilig. Du kannst faktisch nicht sterben, weil ein Tod hat überhaupt keine Konsequenz. Wenn du mitten in deinem Kampf stirbst, spawnst du in diesem Kampf neu. Aber doch, es hat eine Konsequenz. Man verliert diese Maschinenteilchen, die man sammeln muss, die extrem verdammt wichtig sind für das Spiel. Ja, damit kann man halt irgendwie so ein paar Gebäude bauen, aber... Ja, es ist vollkommen. Also es ist irgendwie so, man kann halt irgendwie Nebenquests machen und kriegt halt dann die ganzen Sammelgegenstände, wenn man das macht. Aber für den regulären Storydurchgang braucht man das absolut nicht. Dementsprechend, who cares? Sämtliche Rätsel in diesem Spiel sind aufgebaut wie, drücke einen Knopf, Rätsel gelöst. Ja. Oder schiebe irgendwas irgendwo hin, Rätsel gelöst. Ja, und das Level-Design ist halt kacke. Ja. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt Level-Design nennen kann, weil alles besteht aus entweder engen Straßen, die geradeaus gehen und ja, oh nein, das sind Hindernisse. Und wenn man dagegen läuft, ja, dann verliert man fünf Ringe. Oh, wie schlimm. Mhm. Oder aber aus endlosen, großen Arealen, die dann verbunden sind über kürzere Strecken. Und in diesen großen Arealen muss man dann Button-Mashing betreiben, weil da irgendwelche Roboter-Kämpfe sind. Das ist das ganze Spiel. Und es ist furchtbar, furchtbar langatmig, furchtbar langweilig und eintönig. Und ich habe kein einziges lobendes Wort für das Gameplay dieses Spiels. Ja, es fühlt sich in vielen Stellen an wie einfach so ein extrem generischer Playstation-2-Plattformer, der einfach, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre zu spät gekommen ist, teilweise. Das ist einfach, der ganze Vibe von dem Spiel ist, dass es ein Spiel ist, das irgendwie nicht ein Sonic-Spiel sein hätte sollen und irgendwie doch eins geworden ist. Man hat Sonic einfach auf Hau drauf da in dieses Kostüm reingezweckt und das hat dann einfach nicht funktioniert, weil der Vibe einfach trotzdem einfach komplett generischer Plattformer mit ein paar belanglosen Speed-Sektionen war. Jetzt muss man aber bei dieser ganzen Geschichte und bevor wir jetzt tiefer in dieses Spiel noch reingehen, muss man halt gucken, dass Sonic Boom auch einen von großen Schwierigkeiten geplagten Entwicklungsprozess hatte. Das stimmt allerdings. Also die Entwickler, die haben es mit dem Spiel eindeutig nicht leicht gehabt und hätten vielleicht mehr daraus machen können, wenn es sogar noch nicht reingekritscht wäre. Genau, denn es gibt so ein paar Punkte, die aus dem Entwicklungsprozess deutlich herausstechen. Der erste Punkt ist, dass wir ein Jahr vor offizieller Enthüllung des Spiels haben wir schon Screenshots gesehen, ohne zu wissen, dass es aus einem Sonic-Spiel kommt. Genau, ja. Da wurde nämlich, glaube ich, die CryEngine 3 vorgestellt. Mhm. Äh, warte mal, Sonic Boom, ich habe das letztens jetzt aufgehabt. Äh, CryEngine Teaser, jetzt habe ich Sonic Bomb geschrieben, aber trotzdem gefunden. Das Spiel ist nämlich hart gebombt, also kommt das hin. Genau, die CryEngine 3 wurde auf der GDC 2013 vorgestellt und da gab es einen kleinen Democlip, damit du den auch nochmal da hast, David, dass wir darüber sprechen können, schicke ich dir nochmal. Und da sieht man ganz eindeutig, dass diese Areale zwar aus dem Spiel stammen, aber so viel besser aussehen. Ja, eindeutig besser. Also, es ist irgendwie traurig, das zu sehen, weil da sieht man einfach, was dieses Spiel zumindest designtechnisch sein hätte können, zumindest von der Grafik her. Ob das es gäbe, der gerettet hätte, wer weiß, aber grafisch wäre es so verdammt viel mehr drin gewesen als das, was wir letztendlich dann gesehen haben im fertigen Projekt. Ja, und wie gesagt, das wurde halt bei dem Crytek Showcase von der CryEngine 3 gezeigt. Und die CryEngine 3, für jene, die es nicht wissen, ist eine Game Engine, entwickelt hauptsächlich für PC und Konsolen, allerdings nicht für Konsolen von Nintendo zu der Zeit. Ja, das war leider das sehr große Problem. So, und daraus können wir halt eigentlich schließen, ja, Sonic Boom, ich weiß nicht, ob das jemals offiziell bestätigt wurde, das habe ich gerade nicht im Kopf, aber es ist relativ offensichtlich, dass Sonic Boom nicht für die Wii U entwickelt wurde, Sonic Boom Rise of Lyric, sondern für die Xbox 360 und Playstation 3, beziehungsweise vielleicht zu der Zeit wahrscheinlich schon eher Playstation 4 und Xbox One 2013. Könnte es sein, dass zumindest schon so irgendwie Development in die Richtung angefangen hat, dass eventuell ein Port geplant war, ja. Warte mal, Xbox One Release 2013, ja, das war wahrscheinlich für die Generation schon. Könnte gut sein, ja. Stimmt, die Wii U war ja in der Generation genau. Genau, ja. Also, das ist Schwierigkeit Nummer eins. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, aber warum wurde das Spiel dann auf einer Engine entwickelt, die nicht auf der Wii U läuft? Mhm. Und hier kommen wir dann zu der großen, großen, großen Krux an der ganzen Entwicklungsgeschichte, denn, ja, es ist halt offensichtlich, dass das Spiel nicht für Wii U geplant war, anfangs. Ja. Aber dann kamen Nintendo und Sega mit so einem schönen Exklusiv-Deal um die Ecke. So, hey, die nächsten drei Sonic-Spiele erscheinen exklusiv bei Nintendo auf 3DS und Wii U. Mhm. Und, ja, Teil dessen waren eben die Sonic-Boom-Spiele, Mario und Sonic, ist man sich ein bisschen unsicher, ob das jetzt da reinfällt oder nicht, und Sonic Lost World. Mhm. Weil Sonic Boom lässt sich in zwei Spiele aufteilen, der zerbrochene Krastal und Lyrics Aufstieg, 3DS und Wii U entsprechend. Mhm. Und Sonic Lost World 3DS Wii U sind halt zwei verschiedene Spiele mit demselben Titel, äh, und Mario und Sonic ist halt sowieso Nintendo-exklusiv. Das heißt, man ist ein bisschen unschlüssig, ähm, was jetzt wie dazu zählt und was nicht und was so oder so geplant war, weil der zerbrochene Kristall, glaube ich, war von Anfang an für den 3DS geplant. Natürlich, ja, davon kann man ausgehen. Also maximal noch PS Vita Cross-Release oder sowas, das könnte ich mir noch zu der Zeit vorstellen, aber, ja. Ähm, ich weiß aber auch, dass mal eine Pressemitteilung rumgeschickt wurde, wo von Mario und Sonic als dem dritten Exklusiv-Titel gesprochen wurde. Ja. Die war aber exklusiv von Nintendo Deutschland und ich glaube, die wurde auch korrigiert. Okay, ja. Äh, deswegen, das ist eine schwierige Geschichte. Ja. Die Geister schneiden sich ein bisschen, also man ist sich uneinig, was da jetzt genau reinzählt. Weil auch bei Sonic Lost World, wenn jemand jetzt ein Exklusiv-Deal existiert hat, existiert er aktuell nicht mehr, weil die PC-Version oder halt die damalige Wii U-Version ist ja jetzt auf dem PC auf Steam geportet worden. Also das Sinnvollste, wofür es eigentlich gilt, wäre, äh, ja, Sonic Boom und Mario und Sonic. Genau, ja. Das ist eigentlich die sinnvollste Option, aber... Sehen würde, es war einzelne Spiele und dann Mario und Sonic noch dazu zählt, dann ja. Aber dass Mario und Sonic jemals außerhalb von Nintendos Konsolen veröffentlicht wird, das ist halt so abstrus unwahrscheinlich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das dazu zählt. Ja, irgendwie, es ist ein tolles Mario-Spiel. Es ist ja am Ende auch vollkommen egal. Wichtig ist, äh, das Big Red Button, so weit, wurde das glaube ich auch in einem Interview mal bestätigt, äh, war dann so... Leute, wieso kommt das jetzt auf der Wii U? Die Cry-Engine läuft nicht auf der Wii U und Sega scheint wohl sinngemäß so gewesen zu sein, ja, dann portiert sie halt. So, portiert mal einfach eine Game-Engine auf die Wii U, äh, aber das Spiel muss trotzdem nächstes Jahr rauskommen, ne? Das ist euch hoffentlich bewusst, also macht doch mal eine. Ja, genau so, also es ist jetzt ein bisschen arg umrissen, aber genau so kann man sich das glaube ich vorstellen. Big Red Button war schon mitten in der Entwicklung von Sonic Boom Rise of Lyric und die Entwicklung lief halbwegs gut, also ich hoffe mal, dass da alles relativ gut weitergegangen ist und sie waren drauf und dran, das dann auf Xbox und Playstation zu releasen und dann kam plötzlich Sega um die Ecke von wegen, hey, wir haben da diesen tollen Nintendo-Exklusiv-Til gemacht, ihr müsst dieses Spiel jetzt unbedingt exklusiv auf die Wii U rausbringen und damit sind sie dem Entwickler-Team halt voll reingegrätscht. Kann man glaube ich nicht anders nennen. Was ich übrigens richtig schlimm finde, ist, dass wir einen Shot exakt eins zu eins von dem CryEngine-Trailer sehen wir im Sonic Boom Reveal-Trailer, aber halt so hart downgegradet, oh mein Gott. Oh yeah. Warte, ich schicke dir den Screenshot, damit du es gerade vor dir hast, schicke ich den mal rüber. Der Shot ist halt so eins zu eins da in dem Dings drin und boy. Oh boy. Das ist wild. Es ist wild, ja. Also man kann einfach sagen, Sonic Boom Rise of Lyric hat eine sehr turbulente Entwicklungsgeschichte gehabt und das hat sich dann letztendlich auch im Endprojekt stark widergespiegelt, würde ich behaupten. Ja und wir springen dann halt erstmal von Mai 2013 der Reveal der CryEngine 3 mit Szenen, wie wir dann wussten aus Sonic Boom Rise of Lyric zum 6. Februar 2014, wo Sonic Boom enthüllt wurde für Wii U. Also als Exklusivtitel für, also da wurde einfach nur Sonic Boom Videogame Reveal-Trailer gesagt. Ja. Also exklusiv für Wii U und 3DS, wir sehen aber nur Rise of Lyric. Mhm. Und da muss ich sagen, das Spiel läuft so viel flüssiger als das finale Produkt, ist aber tatsächlich auch hässlicher. Also die Charaktermodelle sind hässlicher, der Rest ist hübscher. So zertrifft es glaube ich, dass Samir ist. Ja, Charaktermodelle waren wahrscheinlich da noch ziemlich in früher Arbeit, ja. Und ich glaube auch nicht, dass das schon auf der Wii U ist. Also das Gameplay, was wir sehen, das ist noch nicht auf Wii U, glaube ich. Keine Ahnung, schwer ihm nachher zu sagen, aber ja. Weil wie gesagt, ähm, abgesehen von den Charaktermodellen, sieht alles besser aus als das finale Spiel dann am Ende. Mhm. Und trotzdem schlechter als in der CryEngine-Demo. Aber vielleicht haben sie es da schon mal auf richtiger Hardware gehabt. Mhm. Ähm. Und dann, oh Gott, das ist ja eines der lächerlichsten Ereignisse jemals in Sonic. Mike, dass dann einfach in diesem Trailer Skrillex mit Bangarang als Hintergrundmusik läuft. Ja, das war ein bisschen sehr seltsam gefehlt. Ah, bitter. Bitter, bitter. Ja. Vor allem, wie gesagt, das ganze Projekt hat mit diesem Trailer noch halbwegs vielversprechend ausgesehen. Ja, man hat einfach diese ganzen Lore-Aundeutungen von wegen, hey, da ist eine seltsame Kinderstatue, was könnte das bedeuten? Oder hey, das Gameplay sieht eigentlich halbwegs nett aus für die Sonic-Plattform. Aber vielleicht geht es so in Richtung Sonic Adventure zurück, wo die Charaktere alle ihre jeweiligen Fähigkeiten haben. Und man einfach so ein bisschen offenere Welten hat. Damals war die Stimmung noch nicht so abrupt weit unten zu diesem Spiel, wie es dann letztendlich natürlich mit Release der Fall war, wo alle dann gesehen haben, was da tatsächlich auf uns zukommt. Mhm. Und die Sache ist ja, wir wissen auch, also ich glaube, es gibt wenig Sonic-Spiele, wo wir so viel über den Entwicklungsprozess erfahren haben, wie über Sonic Boom Rise of Lyric. Weil wir haben ganz, 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 ganz viel altes Prototyp-Material. Also wirklich, das ist verdammt viel. Wir haben sämtliche alten Logos, wir haben sämtliche alten Konzeptdesigns von den Charakteren. Also wie Sonic mal aussehen sollte, wie Knuckles aussehen sollte und, und, und. Genau, ja. Super viele Levels, die es niemals ins Spiel geschafft haben. Ja, und einfach massenhaft Konzeptartwork, das an sich wirklich so verdammt gut aussieht, was dann im Spiel irgendwie absolut nicht so rübergebracht wurde, leider. Also ich glaube, es sollte reichen, wenn ihr einmal Google anwerft und nach Sonic Synergy sucht. Weil das war der frühere Titel von Sonic Boom Rise of Lyric. Und wie gesagt, es gibt halt so, so viel Material und ich finde das, ich finde das krass, wie viel wir davon haben, von diesen Early Designs. Ja, was mich teilweise auch am meisten fasziniert hat eben von diesen ganzen Artworks, die wir da bekommen haben, waren einfach diese ganzen alternativen Egme-Versionen, die sie ursprünglich mal vorgesehen gehabt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob du dich an diese spezielle Artwork erinnerst, aber wir hatten da wirklich Egme-Versionen, die extrem weit vom Original einfach weggegangen sind für dieses Spiel und dann auch für die Sonic Boom Serie im weiteren Verlauf, dann gehe ich davon aus. Und das, das war irgendwie so ein Artwork, was mich sehr stark fasziniert hat, wo dann wahrscheinlich irgendwie Sega einfach auch um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, Oh ja, ich hab's gerade drauf. Oh, das geht irgendwie zu weit, bitte macht Egme doch ein bisschen näher zu den Spielen, K-Fanks. Und, ja. Also, was da zu diesem Projekt einfach geplant war und was dann letztendlich rausgekommen ist dabei, das ist schon ein riesengroßer Rift einfach. So, David, ich habe ein Thread vom NeoGav gefunden. Oh. Äh, ich schicke dir den jetzt einfach mal, damit wir den mal da haben. Das verlinke ich auch in der Folge übrigens, diesen Thread, wo halt die ganzen Concept-Artworks drin sind von Sonic, von Eggman und, 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 und. Mhm. Und Eggman sah wirklich massiv anders aus, holy shit, ich hab das gerade für irgendwelche NPC-Charaktere gehalten, aber nein. Ja, ja, ja. Und, äh, es gibt auch WIP, äh, Work in Progress Chaos, was denn, die haben wir aber in ähnlicher Form bekommen, also die erinnern mich sehr zumindest an die Geister aus Sonic Boom, äh, Sonic Dash 2. Mhm. Die Lyric sollte einfach mal eine fucking Eule sein. Ja, genau, die Lyric war ursprünglich als Eule geplant. Äh, und viele, viele Umgebungen, also, wir haben so, so, so viel Material, was wir da verwursten können, ähm, und in dem NeoGav-Welt ist nicht mal alles, da gibt's noch mehr. Ja. Ich weiß nämlich ganz genau, dass wir noch so viel haben. Mhm. Aber, ja, das ist eine, eine sehr, sehr tragische Entwicklungsgeschichte eigentlich, weil das Spiel hatte Potenzial. Ja, es hatte wirklich Potenzial. Potenzial war definitiv da. Und im Endeffekt hat dieses Spiel es letzten Endes geschafft, ähm, ja, die Sonic Boom-Initiative im Keim zu ersticken und einzustampfen. Ja, basically, der erste Eindruck war schon komplett vermasselt, ja. Und das ist, ich find's, ich find's schade. Mhm. Ich hätte gerne gesehen, wir wissen, wie die Serie ist, Sonic Boom Fire and Ice als Spiel ist in Ordnung. Ja. Rise of Lyric, langweilig. Aber es gibt noch viel mehr, über das man bei Rise of Lyric sprechen kann. Und ich finde, das sollten wir dann jetzt auch langsam angehen. Ja. Nur, um das alles einzuordnen, war es mir wichtig, da auch nochmal die, die schwierige Entwicklungsgeschichte des Spiels, ähm, ein bisschen zu beleuchten, weil mal eben eine Game Engine auf eine andere Konsole portieren, die nicht dafür ausgelegt ist, äh, ist nicht einfach. Und man hat dem Spiel angemerkt, wie sehr es dem Spiel geschadet hat. Genau, ja. Und wie sehr sie einfach unter, wie sehr das Entwicklerteam einfach unter Zeitdruck aufgestanden ist, ja. Und, ja, merken tut man das natürlich im sehr uninspirierten Gameplay, wobei ich nicht weiß, ob das halt irgendwie mal anders gewesen wäre. Aber man merkt es auch ganz besonders in der Grafik. Oh, ja. So, die Wii U ist jetzt kein Powerhouse, aber selbst für Wii U-Verhältnisse ist die Grafik schon ziemlich beschissen. Ja, wie gesagt, also wo ich so ein bisschen gesagt habe, von wegen, hey, das geht in Richtung generischer Playstation 2-Plattformer, habe ich damit auch die Grafik teilweise ein bisschen mit eingeschlossen und das Umgebungsdesign. Ich muss halt dazu sagen, dass die Charaktermodelle verbessert wurden gegenüber des Reveal-Trailers, und zwar deutlich. Ja, und die Charakter-Allemationen sind auch einer der Pluspunkte vom Spiel, würde ich jetzt behaupten. Ja, mal abgesehen davon, dass die sich stretchen bei allem Möglichen. Ja, aber es ist auch okay, es sind Cartoon-Charaktere, ein bisschen Stretch, sollte man besser was erwarten, ja. Allerdings muss ich sagen, dass die Cutscene-Animation nicht perfekt, in manchen Punkten etwas sehr, sehr, sehr steif und äh. Ja, ein bisschen besser. Aber grundsätzlich bei den Animationen stimme ich dir zu, aber grafisch sieht das Ding halt schon nicht gut aus. Nee, würde ich auch nicht behaupten. Man merkt aber schon, dass sie sich auch Mühe gegeben haben, in einigen, also was das grundlegende Weltendesign angeht, haben sie sich Mühe gegeben. Da gibt es sehr interessante Environments, die halt nicht so die Sonic-Standard-Kost sind. Ganz, ganz hart im Kopf geblieben ist mir halt die Welt mit den Dornenranken. Ja? So, das ist, glaube ich, die vorletzte. Nicht ganz, also. Naja, okay, ja, vorvorletzte, die letzte. Genau. Die sieht halt schon echt super, super cool aus. Das finde ich kreativ, wie sie da rangegangen sind, leidet halt nur unter der Präsentation. Genau, ja. Das selber, das, was wir Sky Sanctuary nennen, an sich sehr coole Idee, Sky Sanctuary auf die Art zurückzubringen, weil ihr müsst wissen, so 2014 war Sky Sanctuary etwas, was wir nicht alle zwei Monate in gefühlt jedem Sonic-Spiel bekommen haben. Ja. Das war halt cool und das mal in einem neuen Gewand zu sehen, leidet aber unter der Präsentation. Ja, ein Areal, was für mich auch sehr stark herausgestochen ist, ist einfach dieses Unterwasser-Areal, das wir da im Spiel auch gehabt haben. Also zuerst haben wir so eine Unterwasser-Fabrik, so ein Unterwasser-Labor, relativ generisch, typische Sonic-Kost, aber im weiteren Verlauf geht das Level dann wirklich in so ein richtiges Unterwasser-Areal, wo einfach, keine Ahnung, wo man einfach unter Wasser ist, nur ist das Wasser halt irgendwie weg und man sieht da einfach dieses ganze Unterwasser-Areal-Design und das ist wirklich hübsch. Also, das ist wahrscheinlich der hübscheste Ort, würde ich behaupten, im ganzen Spiel. Äh, ja. Ja, stimme ich zu. Also, das ist wirklich desigentechnisch sehr gut gelungen und finde ich auch eine sehr interessante und kreative Idee für ein Sonic-Spiel. Und ironischerweise muss ich sagen, weil das ist eigentlich üblicherweise nicht so. Die zweite Spielhälfte ist deutlich besser als die erste Spielhälfte. Mhm. Also, was so die abwechslungsreichen Areale angeht, ja, kann man behaupten. So, die erste Spielhälfte, da ist man ja noch im ersten großen Areal, von wo aus man in die ersten Welten kommt, es sieht halt alles gleich aus, tut mir leid. Ja, sehr savi und generisch, so ein typisches, typischer Canyon halt, im Grunde, typischer Canyon. Aber danach, danach wird's halt kreativ. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es leidet sehr unter der Präsentation und die Oberwelt ist dafür das nächste Beispiel. Während man hier ironischerweise in umgekehrter Folge in der ersten Oberwelt noch einige NPC-Charaktere hat. Und dadurch, dass der Hub wesentlich kleiner ist als der zweite, wirkt es auch lebendiger. Ja. Auch wenn wir nur einen leicht gefüllten Bereich haben, aber das macht es schon ein bisschen lebendiger, weil da halt ein paar Charaktere sind, mit denen man sprechen kann, die einem Sidequests geben. Ja. Und diese Sidequests sind halt auch nur verprügte Roboter. Genau, ja, super. Also nichts Großartiges. Aber das Ding ist halt auch, es ist halt auch so ein bisschen eine abgelegene Einöne. Also es ist eine Ausgabungsstätte. Da erwartet man einfach, dass da jetzt nicht so viele Leute unterwegs sind, sondern dass einfach so hin und wieder mal ein paar NPCs einfach kreuz und quer reingesprinkelt wurden. Und das ist da auch okay. Also da, das will ich dem Spiel jetzt nicht kritisieren, dass da jetzt nicht extrem viel los ist. Aber, wie gesagt, der nächste Punkt, ja. Ja, der nächste Punkt, die nächste Hubworld ist halt eine gigantische Stadt. Also die gleiche Stadt, die wir aus dem Cartoon kennen, ja. Genau, die Stadt, die wir aus dem Cartoon kennen. Wir haben da Percy, wir haben Sticks und wir haben den Bürgermeister. Irgendwo redet auch noch fast TDSP, warum? Ja, das kann sein. Aber das war's. Und diese Hubworld ist so groß, dass ich mich da allein während des Streams mehrfach verlaufen habe. Ja, das ist einfach eine große, vollkommen leere Stadt. Das ist einfach so. Und vor allem jedes Mal, wenn man in diese Stadt reingeht, die Stadt ist eben unterteilt in Sektionen. Und wenn man von außen da reingeht, muss man erstmal über so einen offensichtlichen Korridor gehen, der offensichtlich als Ladebildschirm vorgieren soll. Und die Framerate bricht halt einfach... ...bricht die Framerate komplett ein. Ja. Und der Korridor ist extra schon so designt worden, dass man von außen nicht in diese Stadt rein sieht, weil da drin, wenn man da reingeht, erstmal alles überhaupt erst laden muss. Und das ist einfach... Nö. Das hat man ja herausgefunden, als der Knuckles' Infinite Jump Glitch noch funktioniert hat. Ja, genau. Stimmt. Nö. Und das ist einfach... Es ist einfach sehr, sehr schade. Ja, es ist so extrem leer in dieser Stadt. Kein Mensch ist unterwegs. Und das Stadtdesign selbst ist halt relativ generisch auch. Und nö. Das ist einfach ein paar Mal da rumzurennen. Und die Charaktere sind auch anders als in der Serie einfach nicht gut geschrieben. Ja. Also, damit meine ich nicht nur den Maincaster, sondern auch alle anderen. So, weiß ich nicht. Du kommst dann zu zwei Quallen, die an Land leben, irgendwann im späteren Spielverlauf. Dann ist da der Opa, der sagt, ja, der Kristall, wir haben ihn irgendwo da hinten gesehen. Und dann kommt die Oma an. Nee, ich mag Erdbeer-Eis. Und was erzählst du da wieder für ein Quatsch? Ah, Eis. Und du stehst halt einfach da und denkst dir, was? Woher kommt das? Ja. Es ist irgendwie beeindruckend, wie schlecht Rise of Lyric, also das Spiel jetzt geschrieben ist, wenn man bedenkt, wie gut die Serie selbst geschrieben ist. Es ist die Sonic Boom TV-Serie. Hat so viele witzig geschriebene Momente, so viel guten Slapstick-Humor unter anderem. Es ist einfach eine wirklich unterhaltsame Serie, für mich persönlich, wie gesagt. Schaut euch irgendwo Folge 50 rum an, da haben wir die ganze Serie mal ein bisschen unter die Lupe genommen. Genau. Aber es ist einfach unterhaltsam und das Writing ist auch wirklich relativ gut gelungen. Die Charaktere sind unterhaltsam geschrieben. Und damit wird diese Sitcom einfach relativ gut gestemmt, weil letztendlich ist Sonic Boom jetzt weniger Abenteuer-Serie, sondern mehr so Slice of Life Comedy Sitcom. Und das funktioniert dann aber einfach, weil es Writing stimmt. Im Spiel selbst allerdings, die Witze sind so extrem flach, so platt, einfach so generisch und langweilig. Da hat man sich keine wirklichen Gedanken gemacht, habe ich das Gefühl. Ja, und das funktioniert halt alles weder im Deutschen noch im Englischen irgendwie gut. Die deutsche Version hat dann noch ein paar, ich will nicht sagen Schwierigkeiten, ich glaube, die Übersetzer hatten einfach ein bisschen zu viel Spaß damit. So, wenn Knuckles dann sagt, was für ein Loch. Oder ja, nämlich. Dann sitze ich als unbeteiligter Dritter da und denke mir so, was? Nee, also das sind halt so, das Writing von dem ganzen Spiel ist nicht gut. Ja. Also auch jetzt in Richtung Story selbst, ja. Ja, auch in Richtung Story selbst. Das funktioniert halt einfach nicht. Die Story, um die ganz, ganz grob mal abzureißen und vertraut mir, viel mehr passiert da nicht. Sonic und Co. finden eine Ruine, nachdem sie aus irgendwelchen Gründen Eggman verfolgen und Explosionen, Metal Sonic und sie müssen von Metal Sonic fliehen, I don't know. Finden sie eine Ruine. In dieser Ruine ist Lyric, ein versteinerter Lyric, den Sonic natürlich befreit. Und alle sind sauer auf Sonic. Und dann, ja, fesselt Lyric die und sie entkommen aber trotzdem und haben dann ihre Ener-Beams und verfolgen Lyric und müssen dann, ich weiß nicht mal warum, weil Cliff, irgendein random Side-Character, denen das gesagt hat, müssen sie sechs Kristalle finden, um Lyric wieder einfangen zu können. Ja, ich glaube, weil Lyric diese Kristalle auch sucht, weil er sie braucht, um seine Robot-Army zu reaktivieren. Sonic und Co. sollten sie halt schneller finden als Lyric. Ja, und dann reisen es Tales und Sonic in die Vergangenheit und Shadow ist auch da. Shadow ist auch da, das ist basically seine Rolle, immer zu spielen. Genau, also Shadows Rolle in dem Spiel ist, Shadow ist auch da. Ja. Das ist übrigens noch was, was im Entwicklungsprozess interessant ist, weil Shadow noch einen komplett anderen Side-Plot kriegen sollte. Oh, okay. Das weiß man, ich glaube, aus der japanischen Version, wo er Voice, da hat er Voice-Lines, wo sehr stark durchdringt, dass er von Lyric kontrolliert wird. Genau, ja, also seine Stimme, das ist, glaube ich, sogar tatsächlich in der japanischen Version drin, dass Shadow einfach so eine Roboter-Stimme hat, aus irgendeinem Kont. Ja, so eine Roboter-Stimme und er sagt es halt auch sehr deutlich wohl. Ja, das hat es niemals ins Spiel geschafft, dieser Subplot. Ja. Ein Schelm, wer Böses denkt, dass da Content gestrichen wurde. Auf jeden Fall sind sie dann in der Vergangenheit und dann erfahren wir, warum Lyric Sonic gekannt hat. Achso, ja, übrigens, Lyric kannte Sonic am Anfang, aber Sonic Lyric nicht. Und dann gehen wir full circle, weil Sonic sperrt dann Lyric ein und sagt, see you in 100 years or 1000 years, Lyric. I don't know, es ist sehr wild. Zeitreise Shenanigans halt, ja. Zeitreise Shenanigans. Es ist interessant, dass die schlechtesten Sonic-Spiele, also die schlechtesten Sonic-Hauptspiele unter Aufrufzeichen alle beide Zeitreise gehabt haben. Ja, Zeitreise Shenanigans ist dann irgendwann vorbei und dann sind sie wieder in der Gegenwart und sammeln mehr Kristalle und auf dem Weg kämpfen sie ja ein paar Mal gegen Lyric und Eggman und Eggman, der ist nämlich Lyrics Ergebener, weil er Angst vor Lyric hat, aber dann später irgendwie nicht mehr und ja, am Ende klaut Lyric die Kristalle und sie kämpfen gegen Lyric und werden dann wieder... Großartiger Sonic-Todes-Faker hat auch, den man ganz am Anfang vom Spiel sieht, von wegen oh nein, Sonic wurde von Lyric und seinen Robotern erledigt und ist unter Schutt begraben und die Freunde sind alle ganz verzweifelt. Das ist basically das, was man ganz am Anfang sieht und man sich denkt, oh shit, wow, wie wird diese Situation gelöst? Und tatsächlich, Sonic steht einfach wieder auf. Ja, der ist einfach unter einem Trümmerhaufen und sie räumen die Trümmer weg und Sonic ist halt dann einfach so, hey, lass uns jetzt fliehen, haha. Ich hab einfach keinen Kratzer, nichts. Es hat keine Konsequenzen, war zu einer. Der Tease war 100% umsonst. Und ja, um das abzuschließen, am Ende holen sie die Kristalle von Lyric zurück, aber Lyric fängt sie wieder und hat dann wieder die Kristalle und dann kommt Eggman und rettet den Tag und Shadow ist auch im Finale. Und geht dann wieder. Ja, also Shadow ist wirklich... Der Kampf ist vorbei, Lyric ist besiegt und dann kommt Shadow und guckt und dann geht er wieder. Und dann geht er wieder. Wow, cool. Und dann gibt's noch ein großes Abschlussfeuerwerk in der Stadt und das ist die Story von Sonic Boom Rise of Lyric. Also da passiert nicht viel. Ja, ich finde sie, ich will nicht sagen, dass sie halt kompletter Bullshit, kompletter Scheiße ist, weil für ein Spiel zu einer Slice of Life Serie ist es basically genug, wenn das Writing nur nicht so beschissen wäre von allem und... Ja, trocken und langweilig, ja. Ich selbst ist einfach so ein extrem generischer 0815-Bösewicht mit seinem typischen Haha, ich werde die Welt erobern, Sprüchen und oh nein, ihr seid hier, ihr werdet mich niemals aufhalten, jada, jada. Einfach so ein typischer stinklangweiliger Bösewicht-Charakter, ohne irgendeine Form von Tiefe. Außer das kleine bisschen Tiefe, was man ihm gibt, von wegen, hey, er war schwer krank und er hat sich dann diese Roboter-Sucht gebastelt, um ihm zu überleben und dadurch hat er jetzt einen Hass auf alles Organische entwickelt, weil ihm sonst niemand geholfen hat. Da hat man ein bisschen Tiefe mit ihm, aber es wird halt nicht in irgendeiner Form großartig erforscht, absolut nicht. Das ist einfach nur so ein kleiner Wegwerfsatz. Ja, und noch dazu kommt halt, dass auch alle anderen Charaktere einfach super platt sind. Ja, das Spiel nimmt sich irgendwie ein bisschen vor, Sonics Charakter vom nervigen Einzelgänger Dickhead zum Teamplayer aufzubauen, aber das fällt halt komplett flach, weil Sonic ist am Ende immer noch genauso wie am Anfang, außer dass er ab und an mal sagt, wir. Das ist seine Charakter-Progression. Sonic hat das ganze Spiel über nie wirklich gewirkt, als würde er jetzt seine Freunde nicht schätzen oder würde er die Dinge lieber alleine angehen. Das ist ein Plottpunkt, der ist mittendrin so ein bisschen aufgetaucht, wo Sonic dann so eine bisschen arrogante Sprüche abgelassen hat, von wegen, ha, ich hab das gemacht und ihr habt auch vielleicht ein bisschen geholfen und das war dann einfach das einzige Mal, dass Sonic da in der Hinsicht ein bisschen arrogant war, weil im Rest des Spiels hat man das einfach absolut nie gehabt, dass Sonic da irgendwie seine Teammitglieder nicht schätzen wird. Das ist wieder so ein Konflikt, der einfach auf Hau drauf reingezwängt wurde, obwohl er absolut nicht wirklich reingepasst hat. Weil, hätten sie das wirklich irgendwie machen wollen, von wegen, hey, Sonic ist lieber Einzelgänger und er sieht sich selbst als das Beste und Tolle, dann wäre es einfach toll gesehen, wenn man hin und wieder mal eine Sektion gehabt hätte, wo Sonic einfach nach vorne rennt und sich denkt, okay, das mache ich jetzt alleine, ich lasse meine Freunde im wahrsten Sinne des Wortes im Staub zurück, aber das passiert absolut nicht und deswegen hat es dann auch absolut keinen Pay-off in irgendeiner Form. Ja, das zieht sich auch bei den anderen Charakteren eigentlich durch. So, Tails tut schlau, ist aber irgendwie nicht so schlau wie in sämtlichen anderen Properties von Sonic. Amy ist eine Frau. Amy ist Amy, sie ist halt die, sie ist so ein bisschen die geheime Anführerrolle, würde ich jetzt mal sagen, vom Team. Also Amy ist halt für mich eigentlich die Person, die einfach nur ausdrückt, guck, ich bin eine Frau und Knuckles ist dumm. Also das kommt zu ihrem Charakter, weil sie die ganze Zeit eigentlich Knuckles fertig macht, so wie in den Comics am Anfang. Was in der Serie tatsächlich gar nicht so stark rüberkommt? Ja, aber im Comic hat man daraus ja eine Storyline entwickelt über die ersten drei Ausgaben, glaube ich, wo Knuckles sie dann irgendwann sagt, dass er halt überverletzt ist und sie sich dann bessert. Genau, ja. Und ja, keine Ahnung, die Charaktere alle super platt und ja, Knuckles ist halt auch einfach nur dumm. Einziger kleiner Lichtblick, und da bin ich auch ein bisschen biased, ist Eggman, weil Eggman bekommt wenigstens so ein bisschen unterhaltsame Szenen im Verlauf dieses ganzen Spiels. Ja, das stimmt. Auch der erste Ausgabe im Spiel. Und Eggman ist halt einfach, Eggman, nur halt ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen weniger als üblich. Er hat jetzt nicht allzu viel Screentime im Vergleich, aber wenn er Screentime hat, dann ist er eigentlich größtenteils relativ unterhaltsam. Ja. Aber das liegt auch größtenteils am Charakter selbst. Wie gesagt, nicht direkt am Writing, sondern einfach, Eggmans Persönlichkeit ist halt einfach unterhaltsam. Und wo wir schon bei Bosskämpfen sind, die Bosskämpfe, abgesehen von einem, laufen eigentlich alle gleich ab. Irgendwas wird auf dich geschleudert, du nimmst es mit dem Enerbeam, schleuderst es zurück und dann haust du drauf. Genau. Außer der Metal-Sonic-Bosskampf, der tatsächlich echt cool ist. Es geht, ja. Es ist ein bisschen simpel, aber also, wenn man jetzt irgendwie Metal-Sonic-Bosskämpfe nebeneinander stellen würde, würde ich sagen, das ist definitiv einer der Simpel. Und wir aber nicht, weil Sonic Boom für sich alleine steht, David. Ich weiß, ja, aber jetzt einfach nur so als Vergleich. Es ist im Kontext von Sonic Boom, ist der Bosskampf. Wenn du es mit irgendwas vergleichen willst, vergleiche es mit Sonic Dash. Ja, genau. Ich glaube, das ist ein guter Vergleich. Das ist der einzige treffende Vergleich tatsächlich für einen Metal-Sonic, 3D-Metal-Sonic-Kampf. Weil das ist wirklich, du spielst Sonic Dash in diesem Moment. Du hast drei Lanes nebeneinander, machst halt Sidesteps und du kannst noch zusätzlich zwischendrin schlagen. Also, nein, Sonic Dash 2-Bosskampf, sagen wir es so. Ja. Ja, ich glaube, Ego-Sons-Metal hat auch relativ ähnlich funktioniert. Exakt genauso, ja. Und ja, hat mit unter den besten Soundtrack des Spiels, was echt keine Leistung ist, dazu kommen wir noch. Und ja, ansonsten sind die Bosskämpfer halt wirklich, der, der noch ein bisschen raussticht, ist Lyric, weil du nebendraufhauen auch noch zu den Kristallen fliegen musst und sie dann holen. Genau. Aber ansonsten ist halt jeder einzelne Bosskampf Schema F und langweilig wie Hölle. Einfach langweilig, ja. Man macht ständig nur das Gleiche und die Kämpfe an sich sind nicht aufregend. Sie sind nicht gefährlich in irgendeiner Form, weil, wie gesagt, Tode haben absolut keine Konsequenz. Man wird direkt wieder da rausgeworfen, wo man im Grunde seine Riege verloren hat. Und dementsprechend sind diese Kämpfe einfach vollkommen nebensächlich. Es ist keine Form von Aufregung in irgendeiner Art vorhanden. Ah, wir haben noch den Bosskampf gegen Shadow. Der ist auch so. Ach so, ja. Bosskampf ist Shadow-Francy fertig. Ja, und dabei reisen wir aus Gründen durch die Zeit. Und da gibt es ein paar Voicelines. Da gibt es halt Voicelines, die überhaupt nichts mit der Spielstory zu tun haben. Aber Cut-Content, yay. Ja. Und teilweise spawnt da einfach, wenn man in der Vergangenheit ist, spawnt da einfach Amy's Hammer in der Mitte des Kampfareals. Und ja. Amy, wie Sonic sogar im Geister helfen, ja. Also, das passiert halt einfach. Warte, ich suche mal kurz für dich, David, damit du das auch mal siehst. Das Video raus. Und da hast du es. Damit du mal siehst, wie das aussieht. Ja. Weil wir haben das, im Stream haben wir es nicht hinbekommen. Ist nicht passiert, ja. Das scheint nur hin und wieder wohl zu sein. Oh yeah. Sehr weird. Ja, und da schwebt dann halt einfach der Hammer in der Mitte. Aber das sind die technischen Probleme. Naja. Ja. Vielfältige technische Probleme. So, und wo wir gerade schon über den Soundtrack gesprochen haben. Ich habe ein Wort dafür und das ist uninspiriert. Also, es ist generisches Abenteuerzeug. Es gibt sehr wenige Sachen, die ein bisschen herausstechen, wie zum Beispiel der Kampf gegen Metal Sonic. Das finde ich doch ein Stück, was ein bisschen hängen bleibt. Aber ansonsten ist dieser Soundtrack furchtbar öde. Und man, keine Ahnung, dieser Soundtrack ist nichts. Ja, er ist einfach, er düdelt einfach nur die meiste Zeit generisch im Hintergrund rüben. Es ist halt einfach so normale, atmosphärische Hintergrundsongs, so ein bisschen orchestral, einfach so in einem gewissen orchestralen Stil. Aber es ist halt so träge und es bleibt einfach absolut nichts davon im Ohr hängen. Und was ich, ich finde das halt so schade, denn das Main Theme von Sonic Boom Rise of Lyric finde ich tatsächlich echt cool. So, das macht, wenn man diesen Titelbildschirm aufmacht, denke ich mir, oh cool, der Soundtrack, der macht jetzt eigentlich schon Bock auf ein Abenteuer. Ja, so ein bisschen. Also das Haupttheme ist noch relativ gut gelungen, würde ich auch sagen. Aber das taucht halt auch nirgends richtig im Spiel auf, außer vielleicht an ein, zwei Stellen. Ich glaube, bei den Speed-Sektionen hört man hin und wieder mal dieses Lied auch im Hintergrund so ein bisschen, oder ein Remix davon. Aber auch bei den Speed-Sektionen, man hat zwar ein bisschen flottere Lieder, aber die klingen halt trotzdem absolut nicht eingängig und absolut nichts, was man von dieser Franchise gewohnt ist. Also der musikalische Kontrast... Ja, wie gesagt, Sonic Boom steht halt für sich alleine. Ich finde da Vergleiche zum Haupt-Franchise immer ein bisschen schwierig. Es ist trotz allem ein Sonic-Spiel. Also ich glaube, der Vergleich, da muss man sich erlauben. Hm, nee. Also es ist halt kein Sonic-Spiel. Und das hat Sega auch von Anfang an sehr, sehr klar kommuniziert eigentlich. So, die haben halt dieses Franchise mit dem Charakter Sonic gebrandet, um das als Unter-Franchise irgendwie laufen zu haben. Das sollte sich aber von Anfang an ganz, ganz, ganz klar, und darum haben wir auch die Redesigns, von dem Haupt-Franchise unterscheiden. Mhm, ich meine ja, das war der ursprüngliche Plan auf jeden Fall. Das haben sie halt wirklich sehr, sehr ausführlich immer wieder gesagt. So, Sonic Boom wird nicht das Haupt-Franchise ersetzen, sondern nebenher laufen. Sonic Boom ist etwas anderes als das Haupt-Franchise. Das ist echt sehr lange nebenher gelaufen, Job. Hat gut funktioniert. Ja, und ich meine, Sonic Boom war die erfolgreichste Sonic-Serie, oder nicht? Boah, ob erfolgreichste... Also bis sie halt von Cartoon Network weg sind, ne? Darüber brauchen wir nicht sprechen. Ja, ich meine... Die Zuschauerzahlen waren schon relativ stark, bis Cartoon Network das dann irgendwie sabotiert hat. Ihr habt das aus Gründen. Ja, weil Teen Titans Go hat mehr Zuschauer gehabt, als die Zuschauer gehabt. Also von daher, leider... Naja. Keine Ahnung, ob ich mich jetzt aus dem Fenster nehmen würde und sagen würde, dass Sonic Boom die erfolgreichste Sonic-Serie war. Okay, eine der erfolgreicheren Sonic-Serie. Es ist meine Lieblings-Serie neben Sonic-Prime, also... Sagen wir einfach eine der erfolgreicheren Sonic-Serie. Ich glaube, das trifft es eher. Ja, ich meine, es hat eine zweite Staffel bekommen. Zwar nicht bei uns, aber zumindest in Amerika und in anderen Regionen. Und ja, kommen wir halt mal zur Technik des Spiels. Ja, die Technik, die Technik, Tadeus, die Technik. Also technisch, und da bin ich gewillt, an Big Red Button Dinge zu verzeihen. Aber nicht an Sega, weil das definitiv daraus resultiert, dass die halt so auf die Wii U gepusht haben und an dem Release festgehalten haben und, und, und. Ja. Ich glaube, dass die Hauptschild nicht bei Big Red Button liegt, unterm Strich. Nicht zwingend, nö. Aber technisch ist dieses Spiel keine absolute Totalkatastrophe, aber es geht schon in die Richtung. Ja. Das ist relativ weit davon entfernt, in irgendeiner Form gut zu sein, würde ich sagen. Wenn du auf dem Titlescreen Framerate-Einbrüche hast, dann weißt du, was da dich für ein Spiel erwartet. Grundsätzlich funktioniert es meistens halt halbwegs gut, ohne dass jetzt gigantische Glitches auftreten. Allerdings die Framerate, also ich weiß nicht, ob das Spiel jemals es schafft, die 30 Frames pro Sekunde zu halten. Ich glaube nicht. Ja, könnte schwierig werden. Ähm, und auch so grafisch merkt man sehr, sehr viel, wenn da halt irgendwas nachlädt oder sowas, dass sich die Schatten dann erst super spät generieren oder die Schatten ganz ausgestellt werden. Ähm, und ich weiß nicht, es ist halt einfach, technisch ist das Ding nicht gut. Mhm. Aber da kann ich halt verzeihen, weil die halt diese fucking Engine auf die Wii U portieren mussten. Und, ne, das funktioniert halt so einfach nicht. Nee. Ähm, aber ja, es ist nicht mit der Zeit, die sie bekommen haben. Aber dieses Spiel hat halt so viele Soundprobleme. Ähm, das hat enorme Probleme mit Ladezonen. Ah. Also in Ladezonen passiert es auch schnell mal, dass einfach ein Charakter verschwindet und für eine ganze Weile nicht neu spawnt. Mhm. Ähm, die Animationen sind teilweise super, super, super sloppy. Also gerade diese auf dem Wasser laufen Animation. Oh ja. Die ist furchtbar. Die ist absolut furchtbar. Wir haben, wie gesagt, überall Framerate-Einbrüche. Das Spiel läuft zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form auf einer stabilen Framerate. Ja. Ähm, grafisch sowieso keine Meisterleistung. Und die Framerate bricht nur noch mehr ein, wenn da irgendwie ein bisschen mehr auf dem Bildschirm passiert, als die vier Charaktere laufen. Mhm. Ich denke da gerade an die eine Speed-Sektion um den Vulkan rum. Oh Gott, ja. Ähm, die war sehr ... Diashow. Naja. Diashow. Also, Diashow ist ein bisschen übertrieben. Ist übertrieben, aber, ja. Und Hitboxen sind manchmal auch ein kleines Problem. Und das ist ... Das ist schade, dass es so ist. So wäre das halt wenigstens technisch ein bisschen besser. Und ich, das wirklich ... Sonic 06 war technisch in einem deutlich katastrophaleren Zustand. Ja. Aber auch hier ... Auch Sonic Boom ist halt von Bugs nicht gefreit. So, man ... Mann oder ... Man selbst oder Gegner fallen halt einfach mal durch den Boden. Der LR-Beam funktioniert in 50% der Fälle gefühlt nicht. Man wird teilweise von unsichtbaren Geschossen und Gegnern getroffen, weil die einfach despawnen oder sowas. Mhm. Und, naja. Wenn man das Spiel beleidigt, dann macht es gerne mal die Konsole kaputt. Habe ich mir sagen lassen. Ja, genau. Können wir nicht verifizieren. Aber es soll passieren. Also, Vorsicht. Also, ich kann jetzt mal kurz gucken nach Sonic Boom. Ich sag, schreib immer Sonic Boom. Rise of Lyric Crash. Ob das noch anderen Leuten passiert ist, dass das jetzt irgendwie auf Google vielleicht weiter oben ist? Mhm. Äh, nee. Das zeigt mir nur Leute, die an Crash Bandicoot gearbeitet haben. Oh, okay. Wurzeln. Ja, aber auf jeden Fall, dieses Spiel ist auf einem Level gecrashed, dass ich meine Wii U vom Strom nehmen musste. Mhm. Ähm, oh mein Gott, es gibt ein Crappy Games-Wiki. Oh, es gibt so euren Wiki, also, yeah. Oh, das ist interessant, interessant. Ähm, aber ja, so, es gibt halt super viele Bugs, die halt auftreten können. Die meisten nicht schwerwiegend, aber Softlogs und sowas, schwierig. Mhm. Und so, aus technischer Sicht ist das Ding, wie gesagt, es ist keine absolute Vollkatastrophe, aber ein Debakel schon. Ja, würde ich auch sagen. Also, wie gesagt, ohne es selbst gespielt zu haben, fällt mir sogar beim Zuschauen einfach auf, wie fucking stockend einfach die Framerate immer wieder mal ist in dem Spiel. Die Ladezeiten einfach auch teilweise mitten in dem Level, wo das ganze Gameplay einfach mal für den Moment einfriert, bis weitere Assets geladen worden sind. Und einfach, es wirkt technisch absolut nicht gut. In absolut keiner Form. Und ja, das ist einfach bedauerlich, wenn wenigstens die Technik ein bisschen besser gestimmt hätte, dann hätte man da vielleicht auch ein paar Pluspunkte dazu geben können. Weil, wie gesagt, so generisches Gameplay auch ist, es funktioniert alles halbwegs so, wie es soll. Es ist halt nur nicht gar so aufregend, aber die Technik ist dann da halt einfach auch nochmal ein zusätzliches Hindernis, wo man dem Gameplay dann nochmal ein bisschen einfach schlechter gegenübersteht, als wenn die Technik jetzt zumindest halbwegs funktionieren würde und alles ein halbwegs flüssiges Erlebnis wäre. Ja, und übrigens, man muss halt auch sagen, so schlecht das Spiel läuft, es läuft nur auf 720p. Also, ich glaube nicht, dass es auf 1080p läuft, das sind 720p bei einer Grafik, die halt wirklich der PlayStation 2 Konkurrenz macht und eigentlich immer noch nicht so ganz PS2-Level erreicht an einigen Punkten und trotzdem läuft es so mies. Mhm, ja. Aber, naja, es ist halt CryEngine 3 Portierung auf die Wii U innerhalb von nicht mal einem Jahr. Ja. Deswegen, so leid mir das tut, aber hier muss ich Big Red Button in Schutz nehmen, das ist ein Sega-Problem. Wie gesagt, es war ziemlich stark Abfall von Sabotage, würde ich auch behaupten. Und, äh, oh Gott, ich muss noch einen Punkt ansprechen beim Sound, an dem ich etwas zwiegespalten bin. Diese Comic- oder Cartoon-Sound-Effekte, was hältst du von denen? Oh wow, ja, die sind teilweise sehr stark ablegend. Also, ich bin jemand, der mag Cartoon-Sound-Effekte an sich relativ gerne, ich finde die teilweise einfach witzig, aber wenn man einfach nichts anderes in diesen Kämpfen hört, als diese generischen Punch-Cartoon-Sounds und das einfach in schneller Abfolge, weil die Kämpfe schlägt man halt einfach sehr oft und häufig zu, dann wird es schon ein bisschen arg anstrengend. Also, die Sound-Effekt-Variation, vor allem was die Kämpfe angeht, ist sehr, sehr niedrig und das geht einem mit der Zeit dann auch mal ein bisschen auf die Nerven, würde ich behaupten. Es wirkt einfach ein bisschen zu übertrieben. Es wäre irgendwie besser gewesen, wenn man irgendwie einfach so ein paar Metall-Sounds und sowas auch noch mit reingeworfen hätte, weil man bekämpft letztendlich Aroma da. Aber nö, das ist einfach eine Cartoon-Brügelein die meiste Zeit und das wirkt ein bisschen grating. Also, ich wäre mit denen halt deutlich mehr einverstanden, würden die sich besser decken mit dem, was wir sonst an Sound-Effekten haben. Das noch nebenbei, ja. Das hebt sich halt zu stark ab. Ja. Der ganze Vibe von dem Spiel versucht so ein bisschen epochal, ein bisschen ernst zu sein, ein bisschen eine Story, die man so ein bisschen ernster nehmen sollte auch, die einfach versucht, nur eine mitreißende Geschichte zu erzählen und dann hört man einfach ständig diese Cartoon-Punch- Sound-Effekte. Das reißt einen einfach raus. Es ist so. Und, ja, im Zuge von Sound-Effekten müssen wir leider, leider auch die anderen Charaktere ansprechen, die fucking niemals auch nur eine Sekunde lang die Fresse halten können. Ja, Voice-Lines und Voice-Lines und Voice-Lines in einer Folge. Also, das ist jetzt Homingshot mal tausend. Ja, man hat keine ruhige Sekunde im Spiel. Es ist echt sehr anstrengend mit der Zeit. Vor allem, wenn sich die ganzen Voice-Lines dann einfach beginnen zu wiederholen, weil irgendwann hat man halt alles gehört, was die Charaktere sagen, wenn man jetzt eine Speedball-Stanage hat oder wenn man jetzt gegen andere Roboter kämpft. Irgendwann wiederholt sich das dann einfach sehr stark und man hört ständig die gleichen nervigen Sätze in Dauerschleife. Meine Güte. Ja, und das ist halt alles irgendwie so im Gesamtpaket ach, nee. Nee, 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 einfach nee. Ja, nee. Es ist einfach nicht angenehm zu spielen, eben wegen solcher Aspekte. Also, ich habe jetzt übrigens diesen Crappy-Games-Fanon-Viki offen. Und lese hier nochmal ein bisschen und die bestätigen, da wird auch nochmal bestätigt, so, hey, das sollte für Playstation 4, Xbox One und Windows erscheinen. Und dann musste halt die CryEngine 3 rüberportiert werden auf die Wii U und die Wii U hat aber die CryEngine 3 eben nicht nicht supportet und ja, Graphics were downgraded, no time to fix large number of glitches, äh, bla bla bla, a lot of content and gameplay features had to be cut as well, including the four-player online-coop system. Interessant, dass das geplant war, das wusste ich nicht. Mhm, und das auf der Packung hinten draufsteht, das hat Wii U Pro Controller Support, den es nicht hat, aber ich glaube, das hat es im Zwei-Player-Modus. Ah, okay, ja. Und, ja, das ist, äh, haben wir noch andere Sachen, über die wir sprechen können? Nicht direkt, glaube ich, nö. Also, über was haben wir dann jetzt gesprochen? Wir haben über die Technik gesprochen, wir haben über das Gameplay gesprochen, wir haben über die, äh, Grafik gesprochen, über Sound und Sounddesign, ähm, über die Oberwelten haben wir gesprochen. Mhm. Ich meine, es gibt dann immer wieder im Spiel auch so kleine Minispielchen, die dann einfach ins Gameplay nochmal reingeworfen werden. Ja, die sind scheiße. Die sind alle, die sind natürlich alle scheiße, Also, dieses, Dieses fucking Boot, oh mein Gott, wie ich es hasse. Ja, und dann hat man auch noch eine Sektion eben unter Wasser, wo man jetzt irgendwie diese verfolgenden Guardian-Roboter abschießen muss und, während man in einem U-Boot sitzt und man muss halt schauen, dass man die alle gut trifft und ihren Angriffen ausweicht, weil ansonsten kann man die ganze Sektion nochmal machen. Cool. Und, ja, aber das sind einfach so, an sich ist es nett, dass sie da versuchen, so ein bisschen Abwechslung ins Gameplay reinzubringen mit so kleinen Minispielchen, die man da macht, aber, die sind alle relativ schlecht designt und machen einfach keinen Spaß. Aber, wir haben noch was, also, wir haben noch ein paar Sachen, weil, wenn wir jetzt hier über Sonic Boom sprechen, müssen wir natürlich auch mal einen Blick auf die Character Redesigns werfen. Okay, ja. Also, das haben wir halt noch nie gemacht, glaube ich, hier in diesem Podcast, deswegen, lass uns das mal noch ganz kurz, ich habe noch zwei, drei andere Sachen, über die wir reden können, aber, so, die Character Redesigns, die werden ja doch eher wenig gemocht, wo ich eine Kontrameinung habe, im Prinzip, ich mag alle der Redesigns inzwischen recht gerne, so, je nach Artwork, sogar das von Knuckles und, ja, Sonic, oh nein, er hat blaue Arme, wie furchtbar, oh mein Gott, David, tipp mal bitte leiser. Sorry, hat er das? Ja, das hört man sehr laut. So, als würdest du deine Tastatur neben das Mikro halten. Es steht so ein bisschen neben dem, also, das steht so ein bisschen neben dem Mikro, aber ja. Auf jeden Fall, ja, Sonic blaue Arme, weiß ich nicht, hat was Sympathisches, haben wir im Sonic-Film auch, mag ich ganz gerne. Amy's Redesign, ich mag jetzt die Klamotten nicht, aber ansonsten hat sie kein großes Redesign bekommen. Tails, finde ich, sieht sogar sehr cool aus. Knuckles, habe ich mich dran gewöhnt. Punkt. Ist eine Gewöhnungssache, würde ich sagen, Knuckles ist sicher das umstrittenste Redesign, aber ich finde gerade in einem CGI-Setting sieht das echt gut aus. Ja. Jetzt so im Spiel nicht so. Und Eggman, und da werde ich bei dir wahrscheinlich auf Granit stoßen, finde ich, mit breiter Brust besser als mit breitem Bauch. Ganz ehrlich, ich würde da nicht mal so stark widersprechen, weil ich liebe auch Eggmans Bloom-Design sehr, sehr stark, weil das war einfach das Brillante, was sie mit Eggmans Design gemacht haben. Sie haben einfach ein Ei genommen, also so wie Eggman normalerweise aussieht, und das auf den Kopf gestellt. Und das finde ich einfach wirklich einen genialen Ansatz, um Eggmans Design einfach ein bisschen zu verändern, also ein bisschen eigenständig wirken zu lassen für die Serie, aber trotzdem noch ihn irgendwie größtenteils wie den alten Eggman wirken zu lassen. Und ich mag sein Boom-Design sehr, sehr gerne. Also ich kann da keine Kritik äußern. Das ist eines meiner Lieblingsdesigns für Eggman. Und auch wenn ich Modern Eggman jetzt irgendwie doch ein bisschen lieber habe, einfach aus Gewohnheitssache, Boom Eggman ist auch ein sehr großartiges Eggman-Design. Und ja, was sagst du zu den anderen Redesigns? Also für mich funktionieren die halt überraschend gut. Es geht, ja. Also wie gesagt, bei Sonic, Tails und Amy sind die ganzen Änderungen einfach so gering, könnte man sagen, dass es irgendwie nicht den allergrößten Unterschied macht. Aber Sporttape, David. Aber Sporttape, ja. Ich finde es einfach interessant, dass sie eben mit diesem Sporttape auch mit dem Haustuch von Sonic einfach so einen gewissen Abenteuer-Vibe einfach den Charakteren noch mit dazu geben wollten, wo sie einfach wirken von wegen, hey, sie sind öfters unterwegs und sie brauchen einfach diese Sachen, Sporttape und eben das Haustuch, um einfach besser mit den, keine Ahnung, mit den Gegenden, in die sie unterwegs sind, einfach auszukommen und all sowas. Und dann ist die Serie selbst einfach eine Comedy-Sitcom und die Charaktere reisen kaum durch die Gegend und haben dann aber dieses auf Abenteuer passierende Design. Und das ist für mich irgendwie ein seltsamer Kontrast, wo sie sich irgendwie, wo irgendwie noch mal so heraussticht, dass sie nicht genau wussten, was Sonic Boom jetzt eigentlich genau sein sollte. Das sieht man bei diesen Designs noch mal umso mehr, habe ich das Gefühl, weil es dann einfach das, was wir letztendlich bekommen haben, so unterschiedlich ist, dass es Redesign den Eindruck erweckt hat ursprünglich. Aber es ist okay. Also Sonic, Tails, Amy, vor allem der etwas scruffige Look von Sonic mit den hervorstehenden Stacheln und allem, gefällt mir gar nicht ungut. Also würde ich auch sagen, ist eines der besseren Sonic-Designs für mich. Und Tails und Amy, wie gesagt, kaum verändert, bis auf Amy's Design jetzt als Amy's Kleidung, aber sieht auch relativ cool aus. Alles in Ordnung. Knuckles, gewöhnungsbedürftig, wie gesagt, aber wenn man sich mal daran gewöhnt hat, funktioniert es im Kontext auch recht gut mit der Serie und den Spielen. Eben das bei Knuckles einfach nochmal seine starke Kraft ein bisschen mehr hervorgehoben wurde, dass er jetzt die gleichen Proportionen wie zum Beispiel Sonic hat. Das finde ich okay. Damit kann ich leben. Sie haben es vielleicht ein bisschen übertrieben bei ihm, aber ich kann trotzdem damit leben und finde, das ist gut, um ihn einfach so ein bisschen vom restlichen Cast einfach eigenständig erscheinen zu lassen. Aber ja, alles in allem, wie gesagt, die Boom-Redesigns sind größtenteils okay, bis auf Eggman, der ist großartig und yeah. Die Fans haben sich alle irgendwie links und rechts so stark drüber aufgeregt und ich merke irgendwie keine Ahnung. Ich habe das erstens nicht so richtig verstanden, weil größtenteils sehen die Charaktere noch relativ gleich aus und zweitens ist es mir auch so ziemlich größtenteils egal, ob Sonic jetzt blaue oder fissigfarbene Arme hat. Das sieht beides eben gut aus. Das sind einfach so Momente, wo ich von der Fanbase dann so ein bisschen auschecke, wo sich alle über die kleinsten Details aufregen und ich da sitze und denke, ja, das funktioniert, schaut recht nett aus. Ja und eine Sache fehlt dann, über die wir halt noch gar nicht wirklich gesprochen haben und das sind die Synchronsprecher. Also wir haben es kurz angeschnitten und das wäre so das Letzte, was ich dazu noch sagen wollen würde. Ich finde, wir haben das ja jetzt auf Deutsch gespielt im Stream und ja, ich finde das im Deutschen okay, aber weiß ich nicht. Also Marc Stachel wirkt halt gewohnt einfach unmotiviert. Ja, könnte auch eine Voice-Direction-Sache sein. Es soll ja irgendwie so ein Sonic sein, der jetzt eher ein bisschen weniger aufgeregt wirkt, sondern eher so bin der, dann der Sonic. Merkt man auch an der Serie ist relativ stark. Aber, ja. Chandra Schatt und Anke Kortelmeier, die haben ja Amy und Tails jeweils gesprochen. Die sind besser, aber auch hier gerade, also was, was die Sprecherin von Amy gut macht, ist dieses Sassige, dieses Oh, Knuckles geh mir nicht auf den Sack mäßige. Das funktioniert bei ihr gut, aber der Rest nicht. Und Tails ist halt, naja, Tails. Tails. Ein bisschen, ein bisschen zu aufgedreht in einigen Szenen, aber funktioniert. Das, was mir ein bisschen aufgefallen ist, Tails wirkt manchmal ein bisschen, ein bisschen sehr stark aufgeregt. Ihr habt ein bisschen sehr aufgedreht mit der Stimme und die Art, wie er einfach Sachen sagt, wo er irgendwie die Charaktere fast schon nebenbei anschreit ein bisschen. Das ist ein bisschen seltsam, weil das bin ich von der englischen Version so eben nicht gewohnt gewesen. Und ja, Klaus-Peter Damitz als Knuckles, bin ich zwiegespaltener Meinung. Ich finde, seine Stimme passt einfach wunderbar auf Knuckles und er liefert auch mitunter eine der besseren Synchronleistungen aus dem Spiel ab, fast die beste. aber ich finde, die Stimme passt nicht zu diesem Knuckles, zu diesem Knuckles-Design. Ja. Das ist halt ein Knackpunkt, wo das bei mir ein bisschen zerbricht, weil die Stimme passt nicht auf dieses Knuckles-Design, finde ich. Ja. Obwohl sie gut ist, aber nicht dafür. Ja. Das hat im Englischen einfach besser funktioniert, weil Travis Willingham ist ein großartiger Sprecher, der einfach wirklich gut darin ist, einmal komödiantische Rollen zu haben, wie jetzt eben Knuckles aus der Boom-Serie und einmal dann wieder in ernstere Rollen zu schlüpfen, wie man Knuckles denn aus den regulären Spielen kennt. Und der Kontrast hat einfach sehr gut funktioniert, weil auch Travis Willingham einfach wirklich beides extrem gut drauf gehabt hat. Und ja, das ist, im Deutschen kommt es nicht ganz so gut rüber. Da würde ich auch sagen, die Stimme wirkt für diese Version von Knuckles ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Auch wenn als regulärer Knuckles-Sprecher gefällt er mir vom Deutsch-Cast mitunter am besten. Also er macht einen extrem großartigen Knuckles, die war schon gemacht. Und ja, mit weinendem Auge muss man das jetzt sagen, natürlich, Hartmut Neugebauer war mal wieder ein absolutes Highlight als Eggman. War ja dann doch eines seiner letzten Sonic-Spiele leider. Oder seine letzten Sonic-Projekte in der Serie hat er Eggman ja schon nicht mehr gesprochen. Stimmt. Und Spieler hatte er dann noch Lost World und Forces und ich glaube dazwischen nichts mehr. Ja, aber ich glaube Lost World ist ja vorher gekommen. Das war der Kampf. Stimmt, das kam 2013. Ja, du hast recht. Aber ja, Hartmut Neugebauer, fantastische Leistung. Sowohl diese doch sehr, sehr, sehr Eggman ist gerade vollkommen durchgedreht Momente in dem einen Bosskampf gegen ihn beispielsweise. Als auch dieses er hat halt super Schiss vor Lyric und ist halt sehr, sehr ängstlich Lyric gegenüber so Oh ja, Meister, ja, Meister, ich mache es ja schon. Also wirklich, was Hartmut Neugebauer da an Facettenreichtum reingelegt hat, das ist schon ziemlich cool gewesen. Ja, wirklich gut und natürlich wieder ein Highlight vom Synchroncast. Ja, Fazit. Jetzt war das ganze Ding doch ein bisschen negativer als ich dachte. Aber ja, so Sonic Boom ist halt wenn jetzt so technische Probleme und sowas nicht, wäre Sonic Boom nicht gut. Dann wäre Sonic Boom halt absolute Durchschnittsware. Etwas, was ich, wo ich ein jüngeres Publikum sehe, wo ein jüngeres Publikum auch viel Spaß bestimmt mit haben kann. Allerdings für so unser einer mit unseren, oh Gott, 30 Jahren, 31 Jahren. Nee, lächerlich, lächerlich einfach, lächerlich langweilig und ja, die technischen Probleme kommen aber halt dazu und damit ist es schon unterer Durchschnitt. Ja. Es ist kein Totalausfall. Es hat seine Momente. Es gibt ein, zwei Bosskämpfe, die relativ gut rausstechen. Es gibt ein, zwei Soundtrack-Stücke, die ganz nett sind. Der Voice-Cast ist okay bis wirklich gut. Die Story ist ja, absolut, absolut, absolut generisch, aber ja, haben wir halt auch in anderen Spielen. Es ist halt einfach Ware vom unteren, vom unteren Durchschnitt und wäre die Wii U-Geschichte nicht gewesen, glaube ich, hätten wir was Besseres bekommen, aber auch halt nicht den, den Sonic Messias. Also auch wenn der geschnittene Content und sowas alles drin gewesen wäre, dann wäre es halt vielleicht eine 7 von 10 geworden. Aber da brauchen wir nicht hingucken, weil das haben wir nicht bekommen. das, was wir bekommen haben, ist eine 4 bis 5 von 10, würde ich sagen. Also es ist halt unterer Durchschnitt. Es ist nicht so schlecht, wie viele Medien es dargestellt haben und das größte Problem ist halt einfach, dass es schnarch langweilig ist. Aber all die anderen Probleme kann ich viel eher hinwegsehen als darüber, dass dieses Spiel einem nichts bietet, was in irgendeiner Weise interessant oder spannend ist. Ja, bei dem Fazit würde ich größtenteils einfach mitgehen. Sonic Boom Rise of Lyric hätte was werden können. Wie gesagt, dass man einfach Sonic versucht eher in Richtung Action-Adventure-Kostüm zu stecken, dass man da einfach in die Richtung mit der Franchise geht, kann funktionieren. Wie gesagt, wir haben ja teilweise schon ein bisschen langsames Gameplay auch in den Adventure-Teilen mit drin gehabt. Und das so auf diese Art ein bisschen aufzubauen, kann funktionieren. Aber es hat halt nicht funktioniert, ihn einfach in ein Spiel zu stecken, das basically ein glorifizierter Playstation-2-Plattformer ist, der teilweise noch viel eben noch in einigen Aspekten hinter diesen Playstation-2-Plattformen einfach hinterherhinkt. Weil erstens ist es einige Jahre zu spät dafür gekommen, für ein Spiel von diesem Stil. Zweitens sind einfach die technischen Probleme einfach sehr stark vorhanden und ziehen das ganze Gesamtergebnis sehr stark runter. und das Kampfsystem stinklangweilig, wie gesagt, man macht im Grunde nur Button-Mashing, man hat da keine Form von Tiefe. Die einzelnen Puzzles, die man in diesen einzelnen Leveln hat, die sind auch sehr träge und übersimpel, aber man muss halt trotzdem irgendwie ständig irgendwelche Schalter aktivieren oder Schieberätsel machen und alles fühlt sich einfach so generisch und nur durch 15 an. Ja, es ist einfach ein sehr extrem generisches, langweiliges Spiel. Ich habe es bis heute nicht gespielt. Ich hatte damals schon nicht das Verlangen, wie es rausgekommen ist, wo ich mir dann wirklich gesagt habe, okay, das ist das erste größere Sonic-Spiel, was ich mir wirklich nicht hole, weil es mir einfach absolut nichts bietet, was mich an dieser Franchise interessiert. Und ich habe das bis heute nicht bereut und ich werde es auch nicht bereuen, weil auch jetzt, wo ich das Spiel wieder aufgefrischt habe in Form unseres Livestreams, sehe ich da einfach nichts, wo es in irgendeiner Form wert wäre, da Geld und Zeit reinzustecken. Also ich habe nicht vor, das Spiel zu spielen. Und ihr wisst, was das heißt. Wenn ihr wollt, dass David Sonic Go Rise of Lyric spielt, dann schenkt es ihm zu Weihnachten. Bitte nicht, nö. Das wäre das schlimmste Weihnachtsgeschenk überhaupt. Oh David, glaubt mir, wenn ich das nicht vergesse, dann würde man dir so ein, zwei Tage vor heiliger Abend mit diesem Spiel im Briefkasten liegen liegen und einfach mit einer Nachricht von mir mit viel Spaß. Oh Gott, nein, bitte nicht. Das wäre die schlimmsten Weihnachten überhaupt. Und ich werde da eine Kamera reinlegen, die Direktverbindung irgendwie auf meinen PC hat, damit ich deine Live-Reaction sehe beim Auspacken. Oh Gott, oh nö. Bitte nicht. Aber nee. Also ja, wie gesagt, Sonic Boom weiß auch mehr. Aber nee, also ja. Gut. Aber ja, das Spiel ist einfach stark generisch, stinklangweilig. Ich habe absolut keine Motivation, das jemals in irgendeiner Form anzurühren. Und ja, schade drum. Es hätte eigentlich um einiges mehr werden können. Sonic Boom an sich hätte um einiges mehr werden können. Wir haben zwar wirklich eine sehr unterhaltsame Serie aus diesem Nebenprojekt bekommen, aber spieletechnisch ist das einfach sehr stark zum Wünschen übrig. Und der erste Eindruck war eben mit dem Release von Rise of Lyric einfach schon komplett ruiniert. Meine Güte. Ich habe noch nie eine Franchise gesehen, die sich selbst so schnell ins Aus geschossen hat mit einer Neuveröffentlichung. Also so eine Neben-Franchise. Und ja, schade drum. Hätte was werden können, aber in aktueller Form ist Rise of Lyric wirklich ein Rohrkreperer. Nicht vollkommen grauenhaft. Ich würde es auch nicht auf eine Stufe mit Sonic 06 stellen, aber Sonic 06 hat wenigstens irgendwie einen Unterhaltungsfakt. Spaß gemacht. Bitte? Sonic 06 hat Spaß gemacht. Sonic 06 hat auch nicht einfach einen Unterhaltungsfakt. Egal, ob man ob das jetzt Spaß gemacht hat, weil man es mag, Glitches anzugucken, weil man irgendwie die Story doch mochte, weil der Soundtrack geil war, weil man diese Charaktere sympathisch fand oder oder oder. Alles, was da ist, außer vielleicht die technischen Aspekte, macht Sonic 06 besser als Sonic Boom Rise of Lyric. Allerdings, wenn man jetzt auf Bugs steht, Sonic 06 macht selbst die Bugs besser als Sonic Boom Rise of Lyric. Ja, also wie gesagt, Sonic Boom Rise of Lyric ist das bessere Spiel auf jeden Fall, aber es ist auch das viel langweilige und drehreiche Spiel und ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, vergleiche zum Hauptfranchise, will ich halt eigentlich wenig ziehen, weil dazu ist es mir zu klar angelegt als bitte betrachtet es separat vom Hauptfranchise, das ist was anderes und aber auch dafür so, dann muss man halt andere Adventure Games zum Vergleich ziehen, sowas wie Ratchet & Clank und sowas und nee, nee Brudi, nee. No, no, kein Schatz. Nicht mal aus der Zweite. Falls ihr es mal für einen Fünfer auf dem Flohmarkt seht, klar, wieso nicht, aber nee, ansonsten kann ich da nicht in irgendeiner Form ernst gemeint sagen, kauft euch das, wenn ihr interessiert seid. Guckt euch lieber Videos an, es ist das Geld nicht wert, dafür ist es wirklich zu öde und ich habe in diesem Spiel habe ich irgendwie 70 Spielstunden auf der Wii U, fünf Stunden dauert ein Playthrough. Fragt mich nicht, warum ich das Spiel so viel gespielt habe. Wow, yeah. Aber ich habe das getan und ich bereue mindestens ein Dreiviertel der Zeit davon. Yeah. Weil seitdem der erste Patch raus war, gibt es den Nuggets Infinite Jump Glitch nicht mehr und seitdem ist es langweilig. Ja, es ist doch langweiliger geworden. Beeindruckend. Und ja, wenn ihr weitere schlechte Sonic-Spiele sehen wollt, wenn ihr wollt, dass wir weiterhin über schlechte Sonic-Spiele reden, sowie nächste Woche über Sonic the Hedgehog Genesis, dann bleibt dabei, teilt den Podcast, setzt ein Like drunter, kommentiert, was ihr von Sonic Boom haltet und wie euch vielleicht auch die Streams gefallen haben und wie gesagt, nächste Woche reden wir dann mal ganz kurz über Sonic the Hedgehog Genesis, das wird aber deutlich kürzer als jetzt diese Woche bei Sonic 1. Wir kennen es alle. Wir kennen es. Und ja, wir haben noch zwei Kommentare, drei Kommentare bekommen, zwei auf YouTube, einmal von LP Stubi, wieder eine super Folge, ihr macht das super, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich bin sehr gerne bei Apple, ich hatte noch nie Android, Apple-Produkte sind zwar teurer, aber meist auch sehr gut, ich bin mit Apple sehr zufrieden und komme mit Android nicht aus, das ist meine Meinung. Ich finde, das ist eine persönliche Meinung, es ist eine schwierige Meinung, wenn man nie Android hatte, zu sagen, dass man mit Android nicht kann. Das halte ich für schwierig, aber ich bin nicht hier, um jemanden irgendwie von was anderem zu überzeugen. Zu Sonic Frontiers kann ich auch nur sehr viel Positives sagen, ich spiele es sehr gerne, finde es nur mit dem neuen Update etwas schwierig, also Schwierigkeitstechnisch, denke ich mal. Ich gönne dir alles, was du, Ruki, mit Sonic Frontiers erlebt hast. Mir gefällt das neue Sonic Superstars aber auch sehr gut und ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel, auch der Multiplayer macht mir Laune. Was die Werbung betrifft, ist es für mich sehr okay. Ich hatte nur, achso, Zwecks Podcast, dazu gleich noch ein kurzes Update. Ich hatte nur am Anfang des Podcasts zwei Werbeblöcke und am Ende. Im Podcast hatte ich keine Unterbrechung. Von mir aus könnt ihr die Werbung drin lassen. Ich akzeptiere, dass ihr auch etwas Geld für eure Arbeit bekommen sollt. Gute Arbeit ist nicht gratis. Ich finde es toll, Teil von euch in Spinish zu sein. Schöner Gruß, Ruki und Dev. Vielen, vielen Dank. Ja, schönen Gruß zurück. Und zu den Werbeblöcken gibt es ein kleines Update. Tatsächlich kann man mit Rollwerbung, also die im Video kommt, die kann man deaktivieren. Das heißt, es ist nur am Anfang und am Ende. Und wenn sich da jetzt niemand drüber beschwert, würden wir das erstmal laufen lassen, um einfach ein bisschen was reinzukriegen davon. Aber falls es euch nicht gefällt, bitte einfach Feedback und wir können das entfernen. Das ist gar kein Problem. Ja. Und Devon schreibt, ich bin wohl nicht die Einzige, die den Überblick bei den Comics verloren hat. Nein. Nope. Ich hoffe einfach mal in einen Paperback kommen, dass die alle mal in einen Paperback kommen, damit ich alle in Ruhe lesen kann. Ja. Also Paperbacks kommen ja eigentlich von allen Reihen und Mini-Reihen raus. Genau, ja. 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 Und einen Kommentar haben wir auch noch auf Spotify bekommen, nämlich von SonicFangirl. Die Cutscene ist so cool und einfach geil. Das spielt auf Sonic Prime an. Und ja, wir haben ja auch schon darüber geredet, dass uns die sehr gefallen hat. Mhm. Und ja, danke für eure Kommentare. Wie gesagt, lasst auf YouTube gerne einen Like da und positive Bewertungen auf Apple Podcasts und Spotify und überall, wo es sonst noch geht. Und Kommentare. Joined unseren Discord-Server. Link dazu unten in der Beschreibung auf quasi jeder Plattform, wo wir diesen Podcast laufen haben. Ja. Und wir freuen uns da immer wieder über neue Leute. Kommt am Donnerstag vorbei um 20 Uhr twitch.tv slash rookie185, wenn es wieder heißt, wir spielen Sonic Genesis gehen wir advance. Ei, 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 ei. Also das wird ein Trainwreck. Ich habe die Labyrinth Zone schon gesehen und wirklich, ihr seid nicht bereit. Nee, absolut nicht. Und ja, wir freuen uns über jede Form des Supports, über jeden von euch, der da ist und deswegen, ja, macht es nicht gut, macht es besser. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche jetzt mit unserem Outro-Song gesungen von Zebo Labs und gespielt von der Band Das Gildene Loch. Auf Wiedersehen und eine wunderschöne Woche an euch alle. Ja, macht es gut. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Kennt ihr den schnellsten Igel auf dieser Welt, der einfach allen hilft und danach macht, was ihm gefällt. Oh ja, ja. Sonic hat Spiele, Filme, Serien und noch mehr. Sich das alles zu merken, fällt mir schwer. Doch zum Glück hab ich Ruki und den DERF dabei. Die sind ein wahres Endzyklus. Spielt ja die zwei. Kommt abonniert, damit ihr nicht mehr verpasst und schaltet ein zum Gordapodcast.